Bevor es hier richtig losgeht, eine kurze Anmerkung. Heute geht es bei den Comic-Cookies um ein spezielles Thema. Wir haben auch die ein oder andere Rezensionsausgabe zugeschickt bekommen in den letzten Wochen und die werden noch besprochen. Die werden jetzt in dieser Episode nicht besprochen, sondern in einer der nächsten. Aber ich möchte euch nur versichern, ihr seid nicht vergessen, es wird noch nachgeliefert. Auf jeden Fall. Die Ausgaben werden noch besprochen. Dann kann es jetzt losgehen. Das sind die Comic-Cookies mit der Episode 69. Mh, Comic-Cookies, lecker, lecker, lecker. Ja, denjenigen, den ihr gerade gehört habt, habt ihr vielleicht noch nicht erkannt an der Stimme, die ihr gerade hatte, aber vielleicht jetzt. Hallo. Das ist die legendäre Lega-Legende. Genau. Warum legendär? Das sagt ja schon der Name. Also, ich dachte eigentlich, weil du in einem Magazin einen Bericht geschrieben hast. Ja, deswegen auch. Und um diesen Bericht oder vielmehr um die, um weiteres, um diesen Bericht soll es heute gehen. Warum ging das in dem Bericht? Das Kernthema heute soll also sein. Ja. Vielleicht möchtest du es selber sagen. Ja, wir befinden uns hier wieder am Rande, was, in der Stadt am Rande des Universums. Schön, dass wir jedes Mal überlegen müssen. Ja, voll. Genau. Manche Dinge damit zu tun hat, dass es heute nur um abstruse Themen geht, wie in der Weihnachtsepisode, sondern heute haben wir schon ein bisschen Substanz drin. Ja. Denke ich mal. Gut, diejenigen, die jetzt das Cover gesehen haben von dieser Podcast-Episode, wissen eh schon, um was es gehen wird. Um Flip und Flap. Da werde ich das schon ein bisschen gespoilert haben. Ja. Ja, also vorher nicht hingucken. Zu spät. Zu spät werden sich jetzt einige denken. Nichts. Aber, na gut. Es geht um Flip und Flap, ja. Genau. Hast du mir schon kurz verraten. Also, ich war früher mal jünger und kleiner. Da war ich ein Kind. Und da war ich zum Beispiel in... den Niederlanden im Urlaub. Und da habe ich an Zeitjuskiosken oder überall Comics gesehen und habe mir dann auch für den Urlaub Comics gekauft. Und schwupps, schon war der Comic verplant. Nicht mit all dem, was die Eltern gedacht haben, was die Geschwister gedacht haben, sondern ich habe dann meine Geschwister mit beeinflusst. Und neben den Sachen, die wir halt sonst noch so gerne im Urlaub gemacht haben, haben wir dann, genau, Comics gelesen. Und die gab es nicht nur in deutscher Sprache, obwohl wir in Holland waren, sondern auch in Englisch, in vielen Fremdsprachen. Und die hatten überall andere Titel. Und in Holland gab es die auf Deutsch? Ja. Also, Holland war damals wahrscheinlich Touristeneck für verschiedene Leute. Und die haben verschiedene Sprachen gesprochen. Hatten die das alles in allen Sprachen da. Ich habe mir dann die deutschsprachigen Sachen rausgesucht. Die hießen da Clever und Smart. Und darum geht es heute. Und ja, da habe ich mich irgendwie daran erinnert, dass mein großer Bruder daheim sowas schon hat. Und habe mich erinnert, dass das irgendwie cool sein muss, weil es ja der große Bruder hatte. Und habe mir da auch welche gekauft. War mit meinen Brüdern im Urlaub. Und da haben wir neben viel Spaß, neben viel Strand, neben Sonstigen auch Clever und Smart gelesen. Und in irgendeiner Sprache hieß es und Co. Aber wenn ich jetzt mal so im Internet recherchiere, finde ich gar nicht mehr, zu welcher Sprache dieser Titel gehörte. Aber das ist ja auch wurscht. Ja, es geht um Clever und Smart. Weil prominenter Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich der, dass Carlson im Januar mit Clever und Smart praktisch die Neuauflage gestartet hat. Jawohl, die haben die richtig schön wieder neu rausgebracht. Vorher haben sie gar nicht so viel verraten. Das hat bestimmt keine taktischen Gründe gehabt. Aber als man das Ding in der Hand gehabt hat, hat man festgestellt, das sieht richtig gut aus. Also richtig schöne, stabile Softcover-Alben mit dem typischen Carlson-Glanzlack außenrum. Stabiler Umschlag, damit es nicht so schlabberig wie früher bei Condor die alten Clever und Smart-Ausgaben so schnell zerfleddert. Und was vorher nirgends angedeutet war, außer in dem Bericht im Alphonse, wo es um Clever und Smart ging, dass die halt auch im Vergleich zur alten Ausgabe, die in Deutschland erschienen war, neu koloriert sind. Also irgendwann in Spanien hat da irgendjemand eine Generalüberholung, was die Farben angeht, gemacht. Ich weiß nicht, was sie getan haben. Ich kann leider kein Spanisch, habe das jetzt nicht recherchieren können. Aber das Ergebnis ist da, die Linien sind jetzt feiner reproduziert. Das heißt, man sieht auch im Hintergrund Linien, die früher, keine Ahnung, wie sie es früher reproduziert haben auf dem deutschen Markt, ist manches im Hintergrund verschluckt worden. Durch alte Farbgebung auch ein bisschen noch mehr in den Hintergrund geraten, dass man gar nicht viele Details so wahrgenommen hat. Und jetzt ist es, jetzt sticht alles in den Vordergrund. Auch die Hintergrundwitze richtig schön gemacht, neu koloriert, wahrscheinlich von in Spanien, weil in Spanien ist Clever und Smart einfach ein Kulturgut, das da, ich glaube, nie eine Tiefzeit hat, sondern immer eine Hochzeit hat, immer alles schön präsent ist. Und da haben die dann einfach irgendwann mal die ganze Serie mit, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es da gibt, circa 200 Alben, neu koloriert, also auf einen einheitlichen Stand gebracht. Sehr schön, ja. Zum Teil auch mit etwas angepasster Übersetzung, wenn ich es richtig verstanden habe. Also größtenteils wohl noch Original, aber... Genau, also Original ist die Frage, was Original heißt. In Spanien gibt es spanischen Humor. Und schon als ich vor 25 Jahren irgendwo mal jemanden getroffen habe, der Spanisch kann oder der sogar aus Spanien kommt, hat er immer, immer wieder betont, immer wieder gesagt, ja, Clever und Smart kenne ich aus meinem Heimatland. Da ist das legendär und hierzulande kennt ja keiner den spanischen Humor, weil es die Deutschen mit eigenem Humor versehen haben. Und so bezeichnet es auch der Herr Bieler, der jetzt in den 70er Jahren ein neues Konzept für Clever und Smart für den deutschen Markt gemacht hatte. Der hat das neu vergeckt, das heißt, er hat neue Texte eingesetzt, um es lustiger zu machen. Das haben die Leute damals auch in Deutschland geliebt, überall nochmal einen verbalen Witz reingehauen. Das war halt, ja, dann später in den 80ern auch üblich, dass alles klamauk, ulkig und vielleicht mit Glück auch witzig war. Hat man auch geliebt, hat genau gepasst. Und jetzt wurde diese ursprüngliche deutsche Übersetzung genommen und ein bisschen mit den spanischen Originalen abgeglichen. Da, wo es geht, ein bisschen mehr am spanischen Original ab und zu mal verfeinert. Und ansonsten hat man es halt in die Richtung verfeinert, dass es heutzutage vielleicht auch noch witzig ist. Das heißt, modernisiert, ein bisschen aktualisiert. Also, wenn einfach Berühmtheiten vorkamen, die in den 80ern jeder kannte, aber heute keiner mehr kennt, hat man das weggelassen. Und da hat sich jemand viel Mühe gegeben, um den Text einheitlich rund zu machen. Ist auch ganz gut gelungen, ja. Gut. Ja, also ich hatte mal so ein paar Kommentare so nebenher gelesen, auch zum einen oder anderen Bericht. Und da wurde es auch sehr gerne verglichen mit so ein bisschen mit der Synchronisation von Bud Spencer und Terence Hill. Genau. Ja. Also, in den 80ern war nicht nur clever und smart als witzige Sachen beliebt, sondern da gab es ja noch den Otto, da gab es Dieter Haller vorhin mit Non-Stop-Nonsense, sehr ulkig. Und da gab es natürlich auch die deutsche Synchronisation von Bud Spencer. Es gab auch mal eine Zeichentrickserie, die so ein bisschen den menschlichen Körper erklärt. Es war einmal das Leben. Und das ist, glaube ich, eine französische Zeichentrickserie gewesen oder irgendwie so aus der Ecke. Und in Französisch, da ist es einfach nur eine Zeichentrickserie, die den Körper erklärt auf charmante, angenehme Weise. Und auf Deutsch hatten sie damals auch bei der Synchronisation sämtliche Kalauer doppeldeutliche Sprüche nochmal mit dazu reingeknallt, bei Bud Spencer ähnlich. Das lief halt, also das haben die Leute geliebt, das haben wir geliebt. Ich gehöre ja auch ein bisschen dazu. Und das war halt sehr witzig. Und gerade Bud Spencer, weil es ja auch so ein Hau drauf ist, das passt ja auch wieder zu clever und smart, kann man das durchaus damit vergleichen. Ja, man hat jetzt noch so ein bisschen die deutsche Übersetzung dargelassen, weil sie auch die Nostalgiker lesen. Es ist einfach, ja, durchaus witzig gewesen. Da steckt auch noch immer ein Stück Resthumor, der heute noch glüht und gilt und funktioniert drin. Und den haben sie gelassen. Und das, was halt nicht mehr so glüht und gilt, haben sie rausgenommen. Also, ich glaube, ich habe jetzt die bisher drei erschienenen Bände gelesen, war ganz gut. Muss man mal warten. Jetzt kommt bald schon der vierte Band. Immer Ärger mit dem Bullen, wie es weitergeht. Das ist ein, ja, der vierte Band ist ein wunderschöner Band. Muss jeder auf jeden Fall mal reinblättern. Gerade die erste Seite. Ja. Du hast ja nun schon ein bisschen erklärt, wie du drauf gekommen bist. Aber, also, war ja im Urlaub dann und so weiter und so fort. Aber wie war es denn bei dir, dass du dann angefangen hast, das dann richtig chronologisch zu sammeln? Oder dann auch zu sagen, jetzt, da will ich dann aber auch alles haben dann? Ja, früher zu der Zeit, bevor es Internet gab, bevor es Wissen jederzeit überall abrufbar war, sobald es nur ein Mensch irgendwo mal im Internet reingestellt hat, da gab es gar nicht sofort abrufbar so ein Wissen. Ich bin dann zurück aus dem Urlaub gekommen, habe erst mal die paar Hefte, die ich in Erinnerung hatte, dass die mein großer Bruder hatte mir raussuchen lassen, geben lassen, gelesen. Die urlaubsmitgebrachte Lektüre auch nochmal gelesen. Und festgestellt, das ist einfach, ja, das, wo man dran hängen bleibt, wo man weiterlesen möchte. Und dann gab es an Kiosken, an Supermärkten immer das aktuelle Heft. In Touristenecken gab es an Kiosken, an Supermärkten nicht nur das aktuelle Heft, sondern auch noch ein paar andere. Das heißt, als ich das nächste Mal irgendwo anders in Urlaub war, habe ich geguckt, dass ich da die verschiedenen Nummern, soweit mein Taschengeld reicht, mir zulege. Und die Nummern fallen einem auch auf, dass, wenn es dann eine Nummer 7 gibt, gibt es bestimmt auch eine Nummer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber ich war gar nicht bei der 7 aktuell, sondern irgendwo in den 70ern, also Nummerierung. Ich glaube, das erste Heft war ich mir im Supermarkt als Neuerscheinung, worauf ich gewartet habe, neu gekauft habe, war die 72. Andere Leute, die jetzt mitrechnen, mitlesen, wissen genau, wann das, wo das, wie das war. Und wo kriegt man den Rest her? Ja, also ich meine, Internet gab es nicht, das heißt, es gab auch kein Ebay, aber es gab Flohmärkte, die gibt es auch heute noch, muss man mal hingehen. Da kriegt man auch Clever & Smart her. Und soweit ich das jetzt in diesen Tagen mitgekriegt habe, da passiert es heute genauso wie früher. Da wird Clever & Smart angeboten und gekauft. Da bin ich dann früher immer extrem früh aufgestanden, um zu dem einen Flohmarkt zu gehen, der sehr früh aufmacht. Weil, was man auch so ein bisschen glaubt, mitgekriegt zu haben, es gibt Händler, die haben Clever & Smart auf dem Flohmarkt angeboten und es gibt Privatverkäufer, die haben auch noch einen Clever & Smart, der rumliegen. Und die Händler, die gehen früh schon den ganzen Flohmarkt ab und kaufen alles ein und freuen sich die Privatverkäufer, die schon wieder heimgehen können. Und dann haben die Clever & Smart an ihrem eigenen Stand und verkaufen es dann natürlich für ein bisschen mehr. Und mit dem bisschen Taschengeld, was man hat, fände man es gut, wenn man es selbst ein bisschen günstiger kriegt. Und dann bin ich da gleich früh, wenn die aufgemacht haben, wenn teilweise noch die Stände aufgebaut haben, schon da gewesen an so einem monatlich großen Flohmarkt und habe das abgeklappert. Und als ich gemerkt habe, dass man da wirklich fündig wird und man kann pro Monat so und so viel Taschengeld sparen, dass sich der Weg wieder hin lohnt, dann habe ich das regelmäßig gemacht, habe dann irgendwann festgestellt, huch, da gibt es sogar einen Unterschied zwischen, wenn das Cover oben das Logo auf weißem Grund hat oder eben auf buntem Grund, dass da eine erste und eine zweite Auflage gibt, ist aber genau dasselbe drin. Deswegen ist das anfangs einem wurscht. Man kriegt die Dinge auch nicht der Reihenfolge nach, sondern das, was man findet und noch nicht hat, kauft man sich. So ähnlich wie das. Hast du dann eine Art Liste geführt? Die hat man sich mit der Hand erstellt, genau. Ja, es gab dann sogar Schreibmaschinen schon in meiner Zeit. Mensch. Und dann habe ich versucht, das alles zu tippen und die Zeilen leer zu lassen, wo ich noch nichts habe, weil ich habe da nicht nur Liste geführt, was ich habe oder was ich nicht habe, sondern auch, wie die Titel der Clever & Smart Alben hießen, habe ich da auch mit angetippt, weil das ist ja auch schon mal eingequert, das ist ja auch schon mal witzig. Also besetzt, besetzt, umsonst gewetzt, Hammerspruch. Und all die anderen Dinge. Und das war einfach nur cool, wenn man auch schon mitkriegt, wie eine andere Nummer heißt. Und das hat man auch nicht allein gesammelt, sondern mein damaliger Schulfreund, mit dem ich zusammen auf Flohmerk gegangen, wir haben zusammen Geld gespart, Taschengeld, und zusammen da gekauft. Das heißt, wenn ich die 34 schon habe, dann habe ich natürlich meinem Freund damals das mitgeteilt. Wir haben uns gegenseitig ausgetauscht, klar. Und dann hat er sich erst mal das gekauft, was wir beide nicht haben. Und ich habe mir das gekauft, was wir beide nicht haben. Und später haben wir dann versucht, ja, auch zu gucken. Also ich zumindest wollte dann auch selbst alles haben. Und da gibt es eine ganz schlimme Anekdote. Er hat mir irgendwann mal das Heft 43 ausgeliehen. Ich weiß nicht mehr noch, dass die Nummer 43 war. Und hat es mir ausgeliehen. Ich habe es gelesen. Es war nicht ganz die Antwort auf alles. Eins daneben. Und dann hat sich im Laufe der Zeit seine und meine Sammlung immer weiter erweitert. Und irgendwann später hatte ich meine Erinnerung, jetzt habe ich die 43 noch nicht, aber willst du gerne mal wieder lesen? Also habe ich ihn gebeten, dass er sie mir immer raussucht, mir ausleiht. Und er hat gesagt, er findet sie gerade nicht. Okay. Dann habe ich ihm so ein bisschen gesagt, das gibt es doch nicht. Also Unordnung oder Ordnung ist wurscht. Aber bei Clever und Smart muss man doch wissen, wo man seine Hefte hat. Also der Rest ist ja echt nicht so wichtig. Ich gerade mal bei Wimse war. Genau. Ja. Ja. Also das war nicht bei irgendjemandem, den ich nicht kenne. Es war nicht bei ihm. Ich habe sie ihm nie wieder gegessen. Ja. Naja. Passiert. Und was ich auch früher nicht wusste, ist natürlich alles, was jenseits von deutschen Flohmarkthändlern, von Supermärkten und sowas war. Die Reihenfolge, wie ich sie gelesen habe, ist natürlich so, wie ich die Hefte gekriegt habe. Die Älteren waren für mich dann besonders attraktiv, weil die schwierig zu kriegen waren. Die wollten dann sogar noch mehr Geld dafür haben. Ach Mann. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, es gibt einen Comicladen. Also ich bin aus der Region Rhein-Main. Da gab es Frankfurt als Großstadt. Da gab es auf einmal einen Comicladen, den mir mein Vater davon erzählt hat. Und den gab es damals auch noch gar nicht so lange. Da bin ich hin. Da hatten die auch Antiquitäten da. Das heißt, die machen auch alte cleveren Smart Hefte im guten Zustand, guter Zustand. Das ist das, was noch mal eine Spur attraktiver ist, als das, was auf dem Flohmarkt für weniger Geld, je schlechter es aussieht, mehr Geld, je besser es aussieht. Aber da kann man für Wucherpreise in einem Geschäft Comic-Hefte kaufen, die es sonst nirgends gibt, für ein bisschen mehr Geld. Und ja, da hat Taschengeld oft nicht mehr gereicht. Aber da gab es dann auch einen Comic-Preiskatalog. Den hat mir dann mein Vater gekauft. Und da habe ich gesehen, da ist alles aufgelistet. Und alle cleveren Smart Hefte, die es bisher gab und sogar, was die wert sind. Das heißt, kann man jetzt sogar ein bisschen sich nachrichten, wenn jemand zu viel verlangt, dass man das jetzt eher mal lässt oder was ein guter Preis ist. Und in Spanien das erste Album war früher in der deutschen Ausgabe die Nummer sieben. Und das ist jetzt nur Zufall, aber man kriegt es ja so, wie man es findet. Und eins der aller, allerletzten Alben, als ich damals gesammelt habe und versucht es komplett zu kriegen, war die Nummer sieben. Das heißt, das, was zuerst erschienen war, habe ich als eins der allerletzten mir in der damaligen Sammlung fehlenden Hefte zugelegt und zuletzt gelesen. Fand ich auch saukool. War ein sehr gutes Album. Welcher Verlag war das dann damals, als du angefangen hast mit den Heften? Also der Comic Verlag, der Condor Verlag, ist auch ein Comic Verlag, der hat damals die Hefte rausgebracht, hat 1972, 73 damit angefangen. Das war noch vor meiner Zeit und hat damals Clever & Smart auf Deutsch rausgebracht, die so total neu vergeckt, also nochmal mehr Witze in die Texte reingebaut, dass es ein Hit war, wie verschiedene leutischen Feststellen, scheinbar eher unter Jungs als unter Mädchen. Ist wohl so gewesen, ähnlich wie bei Bud Spencer. Und der Verlag hat das dann all die Jahrzehnte aufgebaut, rausgebracht, immer das aktuelle Heft am Kiosk präsentiert und an anderen Verkaufsstellen. Und am Kiosk ist es so, da gibt es immer das Aktuelle, aber die nicht mehr die Zeitung von gestern, die schickt nämlich der Kiosk-Verkäufer wieder an den Vertrieb, der ist an den Kiosk verteilt, zurück. Und so gab es auch immer nur das aktuelle Heft eigentlich am Kiosk. Und das heißt, als Neuware am Kiosk kriegt man die anderen alle gar nicht. Und deswegen hat der Verlag irgendwann wegen des Erfolgs angefangen, eine Zwotauflage rauszubringen. Das heißt, er hat dann nochmal am Kiosk jede Nummer der Reihe nach als Zwotauflage gedruckt. Okay. Da war das Logo dann bunt hinterlegt. Und als Erkennungszeichen stand auch Zwotauflage drauf. Und dann gab es nochmal die Nummern jeweils der Reihe nach am Kiosk. Und wegen des Erfolges gab es dann sogar, ich glaube 86 sogar, nochmal eine dritte Auflage. Das heißt, auch die, die dann eingestiegen sind, konnten nochmal die ersten Hefte damals dann nochmal neu vertextet, vergeckt sich zulegen. Jetzt erscheint es bei Carlsen. Da ist das Konzept ein bisschen anders. Der Carlsen Verlag bringt Comics raus. Ein paar Comics lässt er nicht am Leben. Das heißt, wenn die durch sind, sind sie durch. Und ein paar Serien versucht er zu etablieren. Das heißt, du kannst in jeder Buchhandlung jedes Büro und Phantasieheft in jedem Comicladen bekommen, weil die die immer wieder nachdrucken. Also komplett lieferbar halten möchten. Soweit das geht, ist dann jeder Band immer auch kaufbar. Und die haben jetzt die ersten drei Bände rausgebracht. Sogar schon in der ersten Auflage verkauft. Sogar schon die Zwotauflage nicht nur in Druck gegeben, sondern die ist auch schon im Handel. Das heißt, wenn das so weitergeht, kann man auch dann, wenn es mal viele Alben gibt, vielleicht immer noch die drei und die eins und die sieben nachkaufen. Ich muss mir die auch noch nachkaufen. Verstehst du? Ich habe sie auch noch nicht. Der, der noch nicht gekauft hat und jetzt kaufen möchte. Wenn er irgendwo noch eine Erstauflage vom Band 1 zieht, dann kann er halt noch die Ausgabe kriegen, wo noch einmal eine Sprechblase vertauscht ist, also inhaltlich. Und wo noch ab und zu der, ab und zu, ich glaube, ein oder zwei Mal kommt es mir vor, wo der Jeff den Fred Jeff nennt, also wo sowas vertauscht wurde. Und das ist jetzt in der Zwotauflage korrigiert. Wer sagt, ich möchte lieber die fehlerfreie Version, holt jetzt ab der Zwotauflage die Bände. Und wer sagt, hey, vielleicht wird es ja in 100 Jahren mal wertvoll, der holt sich noch schnell die Erstauflage mit den Vertauschungen drin. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir ja schon wieder mit den Namen so ein bisschen hin und her gespielt. Kommen wir noch mal ein bisschen an die Substanz. Also bevor es beim Konto Verlag erschienen ist, war es ja noch bei einem ganz anderen Verlag und da hießen die Figuren auch noch ganz anders. Fast, ja genau. Machen wir mal ganz am Anfang an. Ganz am Anfang war 1972, das war der Konto Verlag, aber parallel, während das am Starten war, während das am Starten, am Durchlaufen war, am Hochlaufen war, das waren Alben-Stories in Alben. Gibt es neben Alben, wer Comics liest ja noch was anderes, es gibt so Fortsetzungsheftchen. Das heißt, es gibt, ich glaube, seit, ja, in Spanien hat es Clermansma circa seit weniger. Also es gibt heutzutage. Damals übliche Vertreter waren natürlich, gut, jetzt 1972 vielleicht nicht, aber das Yps ist sowas bekanntes, was man jetzt da nennt. Genau, für Erwachsenere das Zack. Auf dem Disney-Segment. Früher gab es mal noch Primo. Mickey Mouse Magazin logisch. Mickey Mouse Magazin, genau. Heutzutage gibt es, ja, also was bei Mickey Mouse, jetzt so innerhalb der Mickey Mouse Welt passiert, was bei Zack passiert, was bei, was hat es eben noch genannt? Yps passiert ist, dass verschiedene Comicsäen, auch von verschiedenen Künstlern, vielleicht sogar aus verschiedenen Ländern, immer kapitelweise pro Heft fortgeführt werden. Und da gab es, ich glaube, ab 1958 ein Comicheft, das hieß Felix. Und das hatte immer verschiedene Comichelden drin, die halt pro Heft wöchentlich, später zwei wöchentlich. Und dann nach Felix dem Kater dann, ne? Genau, nach dem berühmten schwarz-weißen Felix dem Kater. Das ist der Titelgeber, der kam auch immer mit einer Geschichte vor. Und ab 1965, ab der Nummer 987, also 987, gab es dann auch Kurzgeschichten von den Figuren Clever & Smart, die im Original Mortadelo oder E-Filemon heißen. Und Felix hat die Flip & Flap genannt. War das bei Condor dann damals gleich? Hießen die da auch so oder hießen die da schon anders? Ne, also Condor hat selbst sich das Konzept gegeben, dass die den Namen und das Logo und den Schriftzug erfunden haben, Clever & Smart. Also ich kann nur deshalb wahrscheinlich sagen, dass ich das am coolsten, am besten, am passendsten, am treffendsten finde, weil ich bin damit halt, ich habe das zuerst kennengelernt, damit bin ich aufgewachsen da. Mit Clever & Smart jetzt. Mit Clever & Smart. Felix ist auch immer nur das aktuelle Heft irgendwo am Kiosk. Und wenn man jetzt auf dem Cover Felix sieht und man weiß, ich will jetzt keine komischen Fortsetzungssachen, sondern wenn ich im Heft das drin haben will, was vorne auf dem Cover ist und voll, dann holt man sich schon wieder nicht Felix, dann kriegt man auch gar nicht mit, dass da Clever & Smart drin ist. Da waren dann die Kurzgeschichten von Clever & Smart drin, unter dem Namen Flip & Flap. Später stand das dann auch auf dem Cover immer mit drauf. Auf dem Logo stand unter dem großen Wort Felix mit Flip & Flap dabei. Das heißt, war wahrscheinlich auch was, worauf sie aufmerksam machen wollten. Vielleicht, weil es auch innerhalb von Felix beliebt war. Nicht nur im Schriftzug, sondern auf dem Cover sind dann immer die ganzen Helden, die in Felix vorkommen, mit drin. Da ist ja richtig so ein Mech-Up quasi. Genau, ja. Da ist Felix drauf und praktisch eine Wasserszene hier irgendwie auf dem Meer und du siehst dann halt den. Genau, der Fred Clever ist hier gerade bei einem gesunkenen, ach nee, das ist ja hier in der Mini-Insel, oder? Mini-Insel, aber es könnte auch was Gesunkenes sein, ja. Also je nachdem hat er da so einen kleinen Mast, wo er sich drauf hochklettert, weil da Haie sind. Unten am Mast pickt ein Vogel den Mast gerade ihm ab und der Felix kommt mit einem Schiff, äh mit einem Boot an. Und er holt ab. Ja, also von diesen Wasserspuren sieht es fast aus, als würde er in die Richtung wegrudern. Ja. Aber er ist ein freundlicher Kerl, also ich würde ihm, ja, ich weiß nicht, ob da zeichnerische Schwäche drin ist oder ob er wegrudern möchte, aber vielleicht will er ihn auch retten, das können wir jetzt heute nicht mehr sagen. Wahrscheinlich hat er ihn gerettet, weil den Fred Clever, der da jetzt am abgepickten Ast noch klammert, der hat ja bis heute überlebt, den gibt es ja heute noch. Ja. Deswegen hat er wahrscheinlich überlebt, weil ihn vielleicht der Felix gerettet hat. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen auf das Cover vom Felix 1084 geschaut. 1084? Ja, früher haben die Serien oft länger durchgehalten. Früher war die... Das ist von welchem Jahr? Können wir ja mal reingucken. Hier steht das irgendwo. Ähm, auf den... Ach, schön, schönes, schönes Areal-Lettering, ich liebe das. Also die erste Geschichte in diesem Heft ist ein Felix-Abenteuer. Dann blättern wir mal weiter. Da wird ganz hinten stehen wahrscheinlich, ne? Irgendwo im Pressum oder sowas. Manchmal ist auch, wenn hier ein Copyright-Verwerk für die Serie ist, steht da, welches Jahr das war, aber jetzt kommt noch eine Felix-Geschichte. Ich blätter mal weiter hinten hin. Ah. 1979. Oh, mein Geburtsjahr. Aber relativ cool. Wir können ja mal nach, wir können ja mal nach die Clever & Smart-Geschichte hier suchen. Ach, da ist er hier. Der Mann mit Perücke heißt... Die ist von 1980. Die ist von 1980, ja. Also ist das Heft wohl auch von 1980. Aha. Genau. Und diese Comic-Geschichtchen von Clever & Smart, das sind dann Kurzgeschichtchen. Wenn ich jetzt mal hier zähle, das ist eine Pendelreihe, noch eine Pendelreihe, noch eine Pendelreihe, noch eine, noch eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf Pendelreihen pro Seite. Mhm. Das ist, soweit ich es jetzt in Erinnerung habe, immer fünf Pendelreihen pro Seite in den Flip-and-Flap-Geschichten in Felix drin gewesen. Dann wird das denn komplett neu angeordnet, also oder sind die Kurzgeschichten gar nicht in den Alben erschienen, doch? In Deutschland gab es hauptsächlich die Alben, aber da haben sich ab und zu auch mal Kurzgeschichten reingeschummelt. Das heißt, warum jetzt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn jetzt gerade das nächste Albo nicht zur Verfügung stand oder sie wollten abwechseln oder es wurde ihnen angeboten, das weiß ich jetzt nicht. Dann haben sie als Album zusammengeschusterte Kurzgeschichten aneinandergereiht. Aber meistens sind die Alben albenlange Geschichten gewesen oder zumindest Kapitel, die dasselbe Hauptthema hatten. Also denselben Verbrecher immer wieder versucht zu jagen und zu finden und zur Strecke zu bringen. Mhm. Und das sind die Dinger, die jetzt in Flip-and-Flap drin sind. Mhm. Die ersten Clever-and-Smart-Geschichten waren auch Kurzgeschichten, die sind in Spanien in Magazinen erschienen. Mhm. Und irgendwann kam der Ibanez auf die Idee, ich weiß nicht, ob er auf die Idee kam, also der hat dann das erste Album gemacht und dann hat er weitere Alben gemacht und dann hat er irgendwann sehr viele Alben rausgebracht und das ist das, was man hierzulande als Clever-and-Smart-Alben kennt. Mhm. Das ist das, was jetzt der Carlsen-Verlag, alles mit C, Comic mit C, Carlsen mit C, Condor mit C, Clever-and-Smart mit C, also passt alles zusammen. Auffällig. Auffällig. Ja. Genau, also wer jetzt die Alben verfolgt, also ich hatte früher keine Chance, die Kurzgeschichten zu verfolgen. Erstens, weil ich kein Spanisch kann und auch nicht in Spanien war. Ich habe mir ab und zu von Leuten, die in Spanien Urlaub gemacht haben. Spanische Clever-and-Smarts mitbringen lassen. Mhm. Die wussten jetzt nicht genau, wonach sie suchen sollen, die haben einfach netterweise irgendwas mitgebracht, die haben auch teilweise Magazine, die anders hießen, mitgebracht und wo verschiedene, so wie hier in Felix, verschiedene Geschichten drin waren, aber der Haupt, der Hauptnenner war immer das erfolgreichste, das berühmteste, das beliebteste Clever-and-Smart-Anteil und deswegen war auch immer Clever-and-Smart auf dem Titel von diesen Magazinen. Mhm. Das erste Clever-and-Smart-Album, das jetzt hier bei Carlsen auch dann die Nummer eins ist, Carlsen bringt es chronologisch raus, hatte vier Panel-Reihen, damit war dann jede einzelne Reihe ein bisschen größer und damit war in jedem einzelnen Panel das ein bisschen größer, aber auch mehr Platz für Hintergründe. Das heißt, da gab es dann auch mehr Hintergrund-Gags im Vergleich zu fünf Panel-Reihen ist weniger Platz, da ist einfach nur im Hintergrund Hochhäuser angedeutet oder ein Teil der Handlung halt noch gezeichnet. Wenn sie im Büro sind, ist im Hintergrund immer irgendwelche aufgehongenen, was weiß ich, Kalender oder sowas und wenn es dann vier Panel-reich wird, dann kommt da noch viel, viel, viel mehr vor, wenn man in den Kritiken liest oder wenn sich Leute an Clever-and-Smart erinnert. Ist das mit dieser schmalen Reihe da oben auch noch so oder? In den Alben nicht, hier haben wir jetzt gerade einen Felix aufgeblättert, da ist oben immer so eine, wie nennt man es, Logo-Zeile, da steht Flip und Flap, links ist der Fred, rechts ist der Jeff und der Titel steht jetzt auf der ersten Seite und dann kommen hier immer so querliegend in diesen schmalen, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Titeldingern, machen die dann auch nochmal so Einzel-Illustrationen mit sowas wie einem Gag oder so was halt. Das kenne ich jetzt nur aus Felix Flip und Flap und das kommt in den Alben gar nicht mehr vor. Hat denn Felix irgendwann mal umbenannt oder sind die dann dabei geblieben? Bei Felix hieß es bis zum Ende Flip und Flap. Felix war dann irgendwann zu Ende, bis zum letzten Heft war dann Clever-and-Smart mit drin und da hieß es immer Flip und Flap, waren immer die Kurzgeschichten, die haben das eher vom Spanischen direkt übersetzt, das heißt, wer das jetzt verglichen hat damals, fand das da weniger witzig. Viele, die Clever-and-Smart gelesen und geliebt haben, wussten gar nicht, dass ein Felix auch Clever-and-Smart drin vorkommt. Ja, hieß ja anders. Hieß ja auch anders und die deutschen Cover von Felix, die waren von irgendeinem, ich weiß erkennt, dass der Fred zum Beispiel optisch nicht so gekonnt gezeichnet ist, wie wenn es der Originalzeichner gezeichnet hat. Scheinbar hat es gereicht, scheinbar war es okay. Heute ist es nostalgisch und fast ein bisschen charmant, wie naiv der gezeichnet ist. Ja, du darfst gerne durch Fragen lenken, ansonsten rede ich und rede ich und rede ich. Ja, gut, Alben, hast du ja schon gesagt, wie viele Auflagen gab es denn von den Alben? Erhaber, nee nicht Erhaber, Quatsch. Bei Condor? Bei Condor, wollte ich mal gucken, ob du aufpasst. Also Erhaber hatte ja Clever-and-Smart von Anfang an, ach nee, Condor war das, Condor hatte ja Clever-and-Smart gestartet, früher auf den allerersten Heften. Erhaber, mein Gott. Ah ja, du willst da irgendwie Disney reinschummen. Ja, schon wieder, kommt der Alte einfach nicht weg. Oder Asterix oder so. Kommen wir ja auch gleich nochmal, trinken wir beide, das ist auch super. Es gab ja auch immer so ein paar Referenzen auf bekannte Comics-Serien, ne? Innerhalb von Clever-and-Smart? Gab es bestimmt auch bei anderen Comics, genau, bei Clever-and-Smart kam sowas auch auf. Und es gab verschiedene Anspielungen, Referenzen. Sind die alle bewusst oder hast du die alle erkannt? Früher habe ich nicht nachgesucht, früher habe ich ja auch irgendwo mal als Mensch angefangen, den ersten Comic in der Hand zu haben und dann später weitere Comics in der Hand zu haben. Also die ersten Comics hat bestimmt mein Bruder gehabt oder dem seine Freunde und mein Bruder und die lagen dann bei uns und bei den Freunden rum. Und wenn ich da war, habe ich da auch drin geblättert, in Plastikman, Spiderman und sonst was. Und auch in Clever-and-Smart. Ich habe bestimmt auch schon sehr früh natürlich neben Clever-and-Smart Asterix, Mickey Mouse und sonst was gekannt und gelesen. Aber viel mehr kannte ich als Kind noch gar nicht, außer die Sachen, die damals rumlagen, die ich selbst gekauft habe auf Flohmärkten und die ich auf Flohmärkten nicht gekauft habe, weil ich sie stehen lassen habe, weil sie mir nicht so wichtig schienen wie Clever-and-Smart. Die, die ich stehen lassen habe, habe ich dann natürlich auch nicht gelesen, nicht gekannt. Und diese Anspielung oft nicht in Kindheit gekannt, erkannt, wiedererkannt. Manche erkennen sogar in den ersten Comic-Albumen von Clever-and-Smart noch viel mehr. Aber eigentlich erst heutzutage. Früher hat man das nicht gesehen. Heutzutage gibt es die, die genau hingucken, die noch andere Comics im Hinterkopf haben, da auch genau hingeguckt haben und dann sogar Vergleiche feststellen. Dann stellen sie Recherchen aufstellend fest, dass der Comic von Francais früher war, als der von Clever-and-Smart. Man fragt nicht den Ibanez, der hat nicht Zeit, um dauernd Fragen gestellt zu bekommen und zu beantworten. Außerdem kann man auch vielleicht kein Spanisch, aber man kann Selbstschlüsse ziehen. Und es liegt nah und es ist vermutlich so, dass der Clever-and-Smart-Zeichner auch Comic-Leser war, die Sachen gemocht hat. Also er hat irgendwo mal im Interview gesagt, Stan Dowell und Oliver Hardy, also dick und doof, fand er auch sehr witzig. Hat er als Quelle genommen, woraufhin er Slapstick erkannt hat, geliebt hat, selbst gelebt hat, in Clever-and-Smart wiedergegeben hat. Und er hatte wohl auch Francais-Comics gelesen. Und im allerersten Album, da hat er bestimmt irgendein Francais-Album gelesen, dass er dachte, hey, das ist so cool, da will ich auch genau so eine Geschichte erzählen. Und der hat dann auch ab und zu genauer abgeguckt und als Referenz genommen, hier gucke ich mal hin, wie ist das in dem Comic und wie möchte ich es machen. Und da erkennen die Leute im ersten Album dann auch wieder, hey, ich erkenne das auch, was der Ibanez als Vorlage hatte. Also der hat manchmal richtig eine Pose von jemandem abgezeichnet, vom Francais. Und das kann man heutzutage in Comic-Foren nachlesen. In Spanien gibt es da sogar richtige Abhandlungen drüber. Und da ist jetzt schon wieder meine Schwäche, ich kann leider kein Spanisch. Aber es werden Bilder gegenübergestellt, ohne ich jetzt die Texte lese. Ja, es gibt, wenn man alle Bilder, die gegenübergestellt wird, zusammennehmen, wirkt es auf den ersten Eindruck auch viel. Also der hat da zwei, drei Sachen, mehr als zwei, drei Sachen abgeguckt. Aber wenn sich das später dann verlaufen hat, das kommt ja darauf an, wie man das jetzt ausliegt, nimmt man es übel, findet man es witzig, findet man es schlimm, war damals nicht schlimm, hat auch keiner bemerkt. Ja, hobbymäßig zeichne ich selbst ja auch. Ich habe mir früher immer gedacht, ich würde am liebsten auch mal so ein Comic zeichnen mit meinen Figuren, der so anfängt wie das, was man kennt. Und würde dann selbst ein anderes Ende, bevor ich den fertig gelesen habe, passiert es ja, dass ich mir selbst denke, vielleicht geht es ja so und so aus. Das fände ich jetzt witzig und dann geht es nicht so aus. Dann würde ich gerne dieses Ende erzählen. Jetzt, wenn ich sehe, wie die Leute das auch gerne gegenüberstellen und auch mit negativen Sachen bewerten, möchte ich es doch lieber nicht mehr so machen. Nein. Ja, also es kommen überall im Hintergrund jede Menge Sachen vor. Witzige Hintergrundgags vor, Anspielungen im Hintergrund laufen irgendwo bestimmt mal auch Schlimpfe rum. Also das ist jetzt nicht die Schwäche, sondern das ist die Absicht. Mal versteckt, wer findet wie viel, wer erkennt was. Es kommt irgendwo, ich glaube im Album 87, dieses Fantasia-Nil-Pferd von Disney vor. Das sind so kleine versteckte Sachen. Und bei Don Rosa, da sagt man, da kommen überall immer wieder, oder beim, nee, beim Iderso ist das beim, also bei Asterix und Obelix, kommen immer wieder Hennen vor. Und beim Don Rosa auch so bestimmte Sachen. Dann sagt man, ach, guck mal, da erkennt man, dass er dafür eine Vorliebe hat. Die haben dann auch so Mini-Handlungen. Bei dem Ibanez ist es schwierig zu sagen, was seine Vorliebe ist, weil da kommt nicht eine Sache vor, da kommt nicht eine Henne vor, nee, und die haben sogar Hintergrundhandlungen, sondern da kommt auf jeder Seite mehrfach das vor. Und das ist in den ersten Alben ein bisschen weniger. Da ist der Slapstick der Hauptcharakter im Vordergrund. Und ab den 40er-Nummern von Clever & Smart werden die vier Panel-Reihen pro Seite haben. Und dann ist mehr Platz im Hintergrund. Und dann kommen wir so langsam irgendwann auch in die 80er. Also in den 70ern geht das ganz groß los. Es geht ja immer alles fließend. Und in den 80ern war halt, ja, die Hochzeit für 100.000 Hintergrund-Gags. Da wird eine Sprechblase, die so optisch dreidimensionell dargestellt ist, von hinten angepiekst. Also nicht von vorne, sondern von hinten. Da kommen überall im Hintergrund sehr, sehr, sehr viele verschiedene, sehr witzig gezeichnete Tierchen vor, die Eigenleben haben, die auch über verschiedene Panel verschiedene Sachen machen oder wiederkehrend. Auch hier in diesem Felix-Heft habe ich das eben schon gesehen, wofür der IBNS von manchen Spanien berühmt ist. Es gibt immer überall irgendeine Spinne, die irgendwas macht. In diesem Heft lässt sie sich einfach nur vom Spinnennetz runterhängen, ist ein Anfang. Später macht die verschiedene Sachen oder hat eine Kanone oder sonst was. Oder hat irgendwas gegessen, das, wenn man das jetzt ja mal realistisch betrachten würde, nicht für eine Spinne typisch ist. Und da kommt so viel an Hintergrund-Gags vor, dass es bestimmt, wenn man dann so weit sind, dass diese Nummern dran sind, das wiedererkennen, wo manche immer wieder behaupten, clever and smart, so viel Ulk, so viel Klamauk, das tut nicht mehr gut. Und manche Leute, die jetzt die ersten Alben von Carlson lesen, die sagen, hey, das habe ich völlig falsch in Erinnerung. Es war gar nicht so. Es ist richtig charmant. Es ist witzig. Es ist herzlich. Es ist schön. Es ist intelligent. Es ist keine Ahnung, was die alle sagen. Das sind jetzt positive Sachen, die ich für alles in clever and smart finde. Aber es kommt halt in den ersten Alben noch nicht das vor, was in den ab 14, ab Band Nummer 40, ab Band Nummer 60 vorkommt und ab Band Nummer 70, 80 rum ist es der Höhepunkt, was die Hintergrund-Gags angeht. Da gibt es nicht ein Panel, wo nicht im Hintergrund noch irgendwas passiert. Und da bin ich jetzt mal auf die Neukolorierung gespannt, wie weit das optisch von den Farben her getrennt wird zwischen Vordergrundhandlung und Hintergrundhandlung. Weil bei der alten Koloration ist es manchmal so, dass durch die blasseren Farben des Hintergrunds auch ein Hintergrund-Gag manchmal im Hintergrund bleibt. Also wenn die in den großen Gebäuden der TIA, des transinternationalen Agentenrings, also des Geheimdienstes rumlaufen und die Handlung erleben, clever and smart, gibt es im Hintergrund irgendwo einen unwichtigen rumlaufenden Agenten, der gerade, was weiß ich, den Kopf im Arm trägt, statt dass er auf dem Hals hat oder dies oder das oder jenes oder sonst was. Da passiert so viel Witziges wie bei dem 2014-Animationsfilm am Anfang. Also bevor irgendwas anfängt, ist ja nach dem Traum, oh, jetzt habe ich gespoilert, ist ja ein Gang durch die Räume des TIA, das kommt in jedem Comic so viel vor. Ja, aber weil wir es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet haben oder du angedeutet hast, vielleicht kommen wir erstmal zu den Figuren selbst und zu dem Setting, in dem sie stattfinden. Ja. Wen haben wir denn da alles so? Also, die ganz großen, wichtigen, immer wiederkehrenden über alle Jahrzehnte Hauptcharaktere, das ist zuallererst erstmal die zwei clever und smart und das ist der brille-tragende Glatzkopf Fred Clever, der hat immer, wenn er nicht verkleidet ist, einen schwarzen Anzug an, einen Steifkragen und ja, meistens guckt er vertrottelt, blödfreundlich und ihm zur Seite steht Jeff Smart. In Spanien war das sein Vorgesetzter. Beiden vorgesetzt ist der Mr. L, der Chef, das ist so ein walrossbärtiger, krummgehender Mann, wobei das jetzt nicht so ist, dass er krumm geht, sondern alle, die nicht gerade gehen bei clever und smart, gehen krumm, das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen, das ist einfach die Dynamik der Zeichnung, der ist Lebendige in den Figuren, der hat später einen blauen Anzug an, jetzt in der Neukoloration hat er ab dem ersten Album schon einen blauen Anzug an, daran erkennt man ihn, den Mr. El, der Jeff Smart selbst, war früher in der deutschen Ausgabe nicht als Freds Chef deklariert, jetzt ist es ein bisschen deutlicher, macht manchmal auch mehr Sinn, weil er dirigiert oft an Fred, was er machen soll. Der Fred Clever mit seiner Brille, mit seiner Glatze, mit seinem schwarzen Anzug und Steifkragen sah grob gesagt schon von Anfang an so aus, der Jeff Smart sah anfangs noch ein bisschen anders aus, anfangs heißt lang bevor wir es kennen, also das erste Album, da hat er schon seine Form, sein Äußeres, aber vor dem Album gab es ja schon Kurzgeschichten, da hat sich der Jeff Smart ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang hatte der Fred noch eine Melone und der Jeff Smart auf, die ist ziemlich bald verschwunden, also ziemlich bald heißt in den allerersten Episoden dann schon irgendwo in den ersten Jahren und früher hatte der Jeff eine längere Nase, die ist dann kürzer geworden, dann hatte der Jeff seine zwei Haare immer auf dem Kopf, das ist der Unterschied, der ist nämlich nicht glatzköpfig, der hat nämlich zwei Haare. Oh Mann, diese Running Gags, diese wiederkehrenden Gags mit Glatze und Nicht-Glatze wegen zwei Haaren auf dem Kopf und immer wenn die Leute clever und smart suchen, dann beschreiben sie immer einen glatzköpfiger mit Brille und einer mit zwei Haaren. Ich glaube im echten Leben wird mir die Leute nicht so beschreiben, aber im echten Leben sehen die Leute wahrscheinlich auch nicht so aus. Ja, die sind Geheimagenten, früher waren sie, ja, Privatdetektive sind sehr bald Geheimagenten geworden, beim Mr. L, beim transinternationalen Agentenring, der TIA, dort arbeitet noch ein verrückter Wissenschaftler, der Dr. Bacterius, der kommt auch immer wieder vor, der erfindet Sachen, das ist ein ganz ausgefuchster Kerl, also er ist ein verrückter Professor, er erfindet Sachen und wer ein oder zwei clever und smart Alben gelesen hat, wo der vorkam, der erkennt ziemlich bald das, was er erfindet bei diesem Ding, das funktioniert meistens nicht, meistens funktioniert es gegenteilig, also wenn er irgendwas erfindet, dass er damit Sachen schrumpfen kann, dann ist die Nebenwirkung leider, weil er es nicht besser hingekriegt hat, dass die dann riesig groß werden oder umgekehrt, aber man lebt damit. Dann gibt es noch die Sekretärin von Mr. L, das ist die Ophelia, das ist eine korpulente Bürodame und das sind diese fünf Hauptcharaktere, die immer wieder vorkommen. Was auch immer vorkommt, wie die Ophelia, es liegen immer überall Zigarettenstummel, Auberginen und sonst was rum, immer ist gar nicht richtig, wer mal das ganze Portfolio komplett von vorne bis hin durchliest, wird feststellen, huch, wieso es liegen denn in dem Olympia Band 2000 nirgends keine einzige Zigarettenstummel rum, ist so, also irgendwann bleiben diese weg, aber nicht so, dass die Hintergrunds-Gag wegbleiben, sondern nur der Zigarettenstummel bleibt weg. Es gibt auch Alben, wo die Ophelia gar nicht auftaucht, es gibt auch Alben, die ohne Dr. Bakterius spielen und ab Album 86 taucht dann noch mal eine zusätzliche Sekretärin auf, die es aber nicht richtig reingeschafft hat. Man vermutet, dass da der Ibanez mit ihr nicht richtig im Slapstick-Humor arbeiten konnte und tauchte die immer nur mal wieder vereinzelt auf. Die Irma auf Deutsch, die Fräulein Tussi. Sind wir mal gespannt, was jetzt bei der neuen Ausgabe mit ihr werden wird. Erstens, wie sie heißt, zweitens, wie sie koloriert ist, weil schon im zweiten Band 87 hat sie dann rote Haare statt gelbe Haare. Da könnte ich mir vorstellen, dass es wegen schlechter Druckvorlagen von den Spanien beim Deutschen Verlag zu Farbänderungen kam, weil das die ganze 87 sieht sehr gescannt aus. Ja, und ansonsten tauchen immer wiederkehrende Figuren auf. Der Ibanez hat sehr viele Figuren erfunden, auch in anderen Comics-Serien, aber das ist halt sein berühmtestes Werk, Clever & Smart. Alles wird daran gemessen. Er hat in anderen Serien noch Mein Gott Walter erfunden oder so einen durch kurzsichtigen kleinen Mann. Die kommen auch immer wieder in Clever & Smart mal so am Rand vor oder umgekehrt, weil Mein Gott Walter tauchen auch mal Clever & Smart kurz auf. Immer wieder passiert es bei dem Irrsinn bei Clever & Smart, dass Leute in Zwangsjacke abtransportiert werden. Das sind immer wieder dieselben Abtransporteure. Clever & Smart fürchten immer, wenn sie Aufträge vom Mr. L. aufgetragen werden, die mit Dr. Bacterius zu tun haben. Das wollen sie nämlich nicht und dann müssen sie wiedergeholt werden von anderen Agenten. Die kehren auch immer wieder. Krankenschwestern kehren immer mal wieder, die optisch gleich oder ähnlich aussehen. Habe ich jetzt irgendjemanden vergessen? Bestimmt. Tut mir leid, ist nicht böse gemeint, aber es gibt verschiedene Charaktere, die im Hintergrund immer wieder vorkommen. Gibt es denn auch, hast du ja schon erzählt, das Grundsetting ist halt, dass es Agenten sind. Gibt es denn auch Schurken, die immer wieder auftauchen oder? Genau, Grundsetting, die müssen immer wieder Aufträge, die von Mr. L. aufgegeben werden, erledigen. Oft müssen sie erst mal zu Mr. L. kommen. Da müssen sie erst mal bestimmte Geheimgänge nehmen und die werden ihnen zugestellt, weil sie Geheimdänge sie nehmen, durch zum Beispiel Brieftauben oder sonstige Übermittlungsmethoden, wie es für Geheimdienste im Comic üblich ist und echt nicht üblich ist. Und die treffen immer wieder auf Bösewichte und ab und zu mal auch auf denselben Bösewicht. Aber hauptsächlich hat früher der Ibanez immer wieder versucht, neue andere Schurken auftauchen zu lassen, die natürlich besiegt werden müssen. Wenn sie erst mal besiegt sind, sind sie erst mal hinter Schlossen Riegel, tauchen aber auch immer wieder die Bösewichte von der Kategorie, vom optischen Erscheinungsbild gleiche oder ähnliche auf. Und da tauchen auch teilweise selbe Superschurken mehrmals auf. Jetzt so den einen großen universellen Gegner gibt es eigentlich nicht, oder? Nee, nicht so direkt. Nicht den Erzfeind Nummer 1 und Nummer 2. Ja, bei vielen anderen Comics ja hin so, bei Asterix hat es immer irgendwas mit Cesar zu tun, logischerweise. Dann Lucky Luke hast du die Daltons, dann bei Mickey Mouse hast du auch immer dieselben. Genau, Mickey Mouse hast du Carter Carlo meistens irgendwie und so weiter und so fort. Ja, also bei Clever und Smart ist das nicht so eindeutig. Okay. Da sind es oft andere Schurken. Was auch Schurken sind, sind natürlich Politiker, die tauchen auch immer wieder auf. Und ja, ich glaube, es wird auch in den Clever und Smart Comics nicht nur deutlich, dass Clever und Smart Chaoten sind, sondern auch, dass Politiker auch sehr chaotisch regieren können. Die kommen auch noch vor. Sogar wiedererkennbar. Aber es spielt halt im, also gezeichnet ist halt in Spanien, da spielen halt sehr viele spanische Politiker eine Rolle, aber auch internationale. Also auch der Kohl ist tatsächlich mal vorgekommen als Kohl. Also oft wird ja irgendjemand umgemünzt in der deutschen Übersetzung, ist dann halt jemand, der jemand ganz anders ist. Wenn er in irgendeiner Form mit einem deutschen Politiker besetzt werden kann, dann wird er auch so benannt. Aber ein paar Leute erkennt man in echt auch sofort wieder. Ja. Ja, also du hast ja schon gesagt, in Deutschland ist das jetzt nicht ganz so erfolgreich, logischerweise wie in Spanien. Aber es ist zumindest mal unter Comic-Fans zumindest irgendwie ein Begriff. Also ich habe die auch schon gelesen, als ich damals so, äh. Welch mal erzählend? Das war in den 90ern. Mhm. Ja. Da gab es so die Phase, da hat sich meine Schwester immer in der Bücherei mal so ein paar Bücher ausgeliehen und ich habe mich dann ganz gerne in die Comic-Ecke verkrümelt und habe dann da natürlich dann auch immer mal ein bisschen was ausgeliehen und habe da ganz viel Zeug entdeckt. Da war Clever & Smart mit dabei zum Beispiel. Ähm. Ja, der große Erfolg in Spanien, wenn man so einen großen Erfolg hat, gerade mit Comic-Figuren, wir wissen es aus heutiger Sicht umso besser, weil im Moment eine, ja geradezu eine Schwämme an Comic-Verfilmungen stattfindet. Ja. Äh. Bleibt es dann natürlich auch bei so einem bekannten Duo nicht aus? Mhm. Wann warst du denn bei Clever & Smart so weit? Oder gehen wir erstmal, gehen wir erstmal nochmal einen Schritt vorher. Es gab auch eine Zeichentrickserie, glaube ich, ne? Genau. Also mich gab es 1967 noch gar nicht, aber da gab es eine erste Zeichentrickserie in Spanien und die hat in den 80ern auch nach Deutschland gefunden. Da gab es mich dann. Das habe ich dann voller Interesse, voller Erwartungen, ähm, sehen wollen. Kannst du dann die Comics schon? Da kann ich die Comics schon. Wie war das? Ja, ja. Genau. Also bei Clever & Smart ist es so, dass der Comic Clever & Smart zu meiner Zeit, wo ich das gelesen habe, so präsent und allgegenwärtig war. Da hat man zuerst den Comic gekannt. Ich frage deswegen, weil bei mir es sehr oft andersrum war. Genau. Also bei Schlümpfen kennen viele als Kleinkind, die schon Fernsehen geguckt haben, zuerst die Zeichentrickserie Schlümpfe und bei vielen anderen Sachen auch. Und dann kriegt man später mit, huch, die basieren ja auf franco-bellischen Comics. Und bei Clever & Smart, glaube ich, kannten die meisten zuerst die Comic-Hefte. Und dann gab es auf dem deutschen Markt lange keine Clever & Smart Zeichentricks und dann gab es die auf einmal. Und dann, ja, also ich glaube, andere und ich waren dann so ein bisschen enttäuscht, wie bei jedem Comic hat man selbst eine eigene Stimme im Kopf, wie die klingen sollen. Eine eigene Dynamik, wie die sich bewegen. Da gibt der Zeichner sehr viel vor, aber es sind halt immer Momentaufnahmen. Und jetzt bewegen die sich in echt und haben eine echt Stimme. Und man kennt halt auch schon teure Zeichentrickproduktionen von Asterix, von Disney und Co. Man kennt gleichzeitig sehr viele nicht so teure Zeichentrickproduktionen und lebt auch damit. Aber bei Asterix hatte ich halt sehr viel erwartet und war das halt eine preiswertere Produktion. Das hat man dem leider angesehen. Und dann, ja, waren die Stimmen auch nicht die, die ich erhofft hatte. Geguckt habe ich es trotzdem. Aber es gehörte nicht zu meinem Sammelgebiet für Clever & Smart Nummer eins. Also ich habe jetzt nicht Original-Videokassetten von Clever & Smart gekauft. Als Video das aktuelle Medium für, ja, zu sehen das war, also das für Teilchentrick war. Für mich waren das hauptsächlich die Comics. Es gab dann auch mal eine Telefonkarte in den 90ern. Es gab dann auch ein Computerspiel in den 90ern. Das hat mein Freund gehabt. Das war auch nicht so das, was ich von Clever & Smart erwartet habe. Also mir, auf mich wirkte das Clever & Smart Computerspiel auch. Hinter meinen Erwartungen war das halt nicht so toll. In den 90ern also quasi schon für PC, aber. Genau. Und die Zeichentrick-Szenen waren dann, aus Spanien kommt ab 1967 drei Staffeln. Daraus wurden dann auch längere Trickfilme montiert. Davon hat es dann auch, ich glaube 1995 circa, einer ins Kino geschafft. Das wollte ich auf jeden Fall auch sehen. Da war ich auch im Kino. Das fand ich auch cool. Also größere Leinwand macht schon nochmal einen anderen Eindruck. Ja, den würde ich mir eigentlich heute einfach nochmal zulegen. Obwohl das so schlecht produziert war? Ja, also eigentlich würde ich mir am liebsten das Kinoplakat zulegen, weil das war cool. Okay. Ich glaube, das ist auch die Haupterinnerung dran. Ansonsten war das halt ein Zusammenschnitt von schlechten Episoden. Aber das Kinoplakat war cool. Ähm, ja. Ich meine, da grätsche ich mal kurz dazwischen. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Also Spiro und Fantasio habe ich damals auch über die Zeichentrick-Serie entdeckt und habe dann irgendwann die Comics dazu entdeckt oder im Nutella-Glas oben gesehen. Ach, da gibt es ja ein Comic dazu. Ja, ja. Und danach gesucht quasi beim Photoshop im Ort. Der war halt an die Buchhändler, ans Buchhandelssystem angeschlossen und konnte die Dinger bestellen. Und da habe ich mir dann halt ab und an mal und dann war es natürlich um mich geschehen, weil das waren damals Tom und Jean-Ri, glaube ich, die das damals aktuelle Bände rausgebracht hatten. Und ja, und das war dann halt was völlig anderes von der Qualität her, ne? Ja. Und wenn ich mir jetzt heute, heute, kann man glaube ich auf Amazon Prime oder auf Netflix von eins von beiden, kann man die Spiro und Fantasio-Serie sich angucken. Das müsste ich mir auch mal angucken. Ja. Und, äh, ja, es ist halt ein Unterschied, ne? Also es ist schon auch recht, recht billig produziert, sag ich jetzt mal. Also es hat so diesen Beigeschack dabei, ja. Schade. Aber es gibt auch spätere Spiro und Fantasio-Zeichentrick-Follen, also die später produziert wurden, mit ein bisschen mehr Liebe gemacht wurden, die sind fast okay. Echt? Ja. Vielleicht kenne ich auch von damals. Falls ich es jetzt so noch richtig in Erinnerung habe. Weiß es auch nicht mehr, wie viel es da überhaupt sehen gab. Ich meine, bei Lucky Luke zum Beispiel gab es ja auch jede Menge, ne? Also, äh, stimmt, ja. Verschiedene Auflagen oder verschiedene Ansätze. Auch bei Massu Pilami gab es zum einen das von Disney und dann zum anderen das, was aus Frankreich kam und so weiter und so fort. Also, ja. Andere bewerten das bestimmt anders, aber ich finde ja eine Zeichentricks-Serie, die, wo die Charaktere keine Schatten werfen, das ist aus meiner subjektiven Sicht ganz billig produziert. Und ab dem Moment, wo sie schon Schatten werfen, weil also bei Ducktales, da werfen die immer Schatten schon in diesem Vorspann. Das ist für mich schon, also Ducktales habe ich auch, als ich ein bisschen jünger war, geguckt. Aber da habe ich schon den Unterschied durch die Schatten allein, Eigenschatten, Wurfschatten wahrgenommen, den Unterschied. Und Spirou und Fantasio haben zumindest in ein paar Episoden, die ich gesehen hatte, Schatten. Und bei Clever & Smart weiß ich nicht mehr, wie es war. Es wirkte aber nicht so, als hätten die die Qualitätsstufe des Schattens erreicht. Okay. Ja, also ich hatte ja das Glück mit, wann kriege ich mit, was es alles für Comics gibt. Clever & Smart hat mich in den Comicladen gelockt. Okay. Und da habe ich schon am ersten Tag gemerkt, huch, was kann denn ein Comic noch alles bieten? Also allein in diesem ersten Besuch habe ich natürlich hauptsächlich nach Clever & Smart geguckt, aber ein ganzer Laden nur mit Comics. Und Clever & Smart ist nur ein Titel von vielen. Das kriegen die meisten gar nicht mit, wenn sie nicht in den Comicladen gehen, was es da für eine Titelflut gibt, was es da für eine Vielfalt gibt, was es da für andere Hauptcharaktere, Helden und Titel noch gibt. Das habe ich schon sehr früh mitgekriegt. Also auch, also ich mag Humor, ich mag Fantasy. Das Beste ist immer eine Mischung aus beiden. Clever & Smart hat es wenig Fantasy-Elemente, also eigentlich jetzt außer das Surreale gar nichts. Und da habe ich gleich festgestellt, oh, es gibt ja auch im Fantasy-Bereich Comics. Dann habe ich auch festgestellt, dass die noch gar nicht für mein Alter sind, weil die kamen mir ja von dem Zeichenstil her viel realistischer gezeichnet, von der Geschichte her viel ernster gezeichnet vor. Aber da habe ich gleich, also ich bin halt jetzt kein Westernheld wie der Horst. Der Horst mit Zack und Blueberry. Ich habe das Realistischere eher im Fantasy gemocht. Für mich ist die Realität bis heute eine fremde Welt und von daher hat es gepasst. Also Clever & Smart war für mich die Comic-Realität mit Knollnasen. Also im Comic soll die Realität Knollnase sein und in der Realität, wenn da die Menschen Knollnasen haben, gut, dann kommen die halt aus einem bestimmten Eck der Welt, wo man halt eher solche Nasen hat. Dafür gibt es dann noch andere Ecken der Welt, wo man dann spitzere und dünnere Nasen hat. Aber Menschen interessieren mich nicht so sehr wie Comic-Figuren. Ich meine es nicht böse, liebe Menschen. Ich mag euch auch, aber nicht so sehr wie Comic-Figuren. Naja, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen das, was eine Comic-Figur wie Clever & Smart ausmacht, weil wir hatten es ja vorhin schon mal davon, als du gesagt hast, der hängt da an dem Mast und vielleicht rudert der Kater da weg. Und ja, selbst wenn er jetzt von den Hain zerfleicht wird, so richtig zerfleicht wird er dann halt doch nicht und taucht dann doch wieder auf. Das ist ja auch so ein Element, was bei Clever & Smart, glaube ich, ganz gut funktioniert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also manche sind ja Donald Duck-Fan und wenn sie dann noch extremer Fan sind, wollen sie da forschen. Wenn sie es extrem forschen wollen, werden sie Donaldisten und dann forschen sie, warum ein Schnabeltier Zähne hat oder nicht und versuchen eine wissenschaftliche Erklärung dafür zu finden. Nennen den aber dann Donald Duck. Naja, so viel dazu. Und ich sehe das ein bisschen anders. Also für mich ist, es gibt Comic-Welten. Und wenn man dann Clever & Smart liest, ist das die Comic-Welt in und um Clever & Smart und es gibt die Realität, das ist so wie ich die Nicht-Comic-Welt, sondern das, wo ich selbst langlaufe, wahrnehme. Das ist dann die Realität, wo ich selbst lebe. Und der Fred Clever, der lebt in einer Welt, das ist aus meiner Sicht jetzt eine Comic-Welt und er nimmt die auch für real und deswegen ist für mich die reelle Welt eines Fred Clevers das sein Clever & Smart-Universum. Und da wird, da muss ich mich als Kind auch erstmal dran gewöhnen. Also ich bis jetzt, bis vor Clever & Smart war für mich Comic niedlich, witzig, süß. Und dann kam auf einmal nicht nur die Verkleidungskunst des Fred Clevers, sondern auch die sinnlose, brutale Gewalt. Und die Verkleidungskunst habe ich geliebt, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und an diese Gewalt musste ich mich erst noch gewöhnen. Und ich fand es auch sehr befremdlich, dass mit Clever & Smart Leser das witzig fanden, diese komplette Gewalt. Ich habe mir es, ähm, ja, so zurechtgelegt, das ist in unserer Welt wäre das arg brutale Gewalt gewesen. Aber, ähm, beim Muppets und bei Clever & Smart, also wenn die Miss Piggy rumhaut, dann ist das nicht dasselbe wie wenn ein Mensch rumhaut, der tut natürlich jemand anderen weh. Aber eine andere Puppe umhauen, das tut der anderen Puppe nicht so weh. Und bei Clever & Smart ist es halt auch so, ähm, Ursache und Wirkung, die hauen nicht nur mit Fäusten drauf, wie es die Miss Piggy macht, sondern mit Bomben, mit viel schlimmeren Sachen, mit großen Sachen wird da aufeinander eingedrescht. Ähm, das ist einfach nur eine Überzeichnung, eine Verdeutlichung, dass da gerade Emotionen stattfinden. Es hat aber nicht die Auswirkung auf die, ähm, Welt, auf die einzelne Comicfigur, auf die Stadt, die komplett in Schuttenasche liegt, in Trümmern liegt, sondern, ähm, nur für den Moment ist das die Auswirkung als Mittel zur Überzeichnung und Darstellung, dass da gerade etwas passiert ist. Danach ist alles wieder gut. Also Fred Clever & Jeff Smart und Mr. L. & Co. haben so viele Beulen, die Ausdrucksmittel sind, von was gerade passiert ist, aber die sind dann bald wieder weg. Ähm, wenn die sich an einem Kapitelende komplett kaputt gehauen haben, natürlich haben die Bösewichte Angst vor dieser, ähm, Gewalt, aber Fred Clever & Jeff Smart, für die ist das Alltag, für die ist das, ähm, ja, ein Slapstick-Ausdruck und die wissen in ihrer Welt, dass sie das auch nicht wollen und dass es aber dauernd stattfindet und sie versuchen dem zu entgehen und das ist das Witzige für uns Leser, ähm, dass sie dem nicht entgehen können. Und von daher, ähm, ja, finde ich diese Gewalt bei Clever & Smart überhaupt nicht schlimm. Und auch wenn ich mich als kleines Kind erst dran gewöhnen musste, aber ab einem gewissen Alter, ähm, glaube ich, es hat aus mich keinen, aus mir keinen gewalttätigen Menschen gemacht. Was ein Glück. Ja. Ich bin mit mir eigentlich so ganz so friedlich. Ja gut, man muss schon unterscheiden, dass das, äh, das eine sind halt Comic-Figuren, ne? Eben, genau. Ja. Naja, das ist halt so. Ich kann sie ja jetzt auch nicht jeder so gewandt verkleiden wie ein gewisser Herr. Fred Clever, ja. Der Motardello, wie er im Original heißt, egal wie man ihn jetzt ausspricht, ähm, der sah schon immer so aus wie eine Wurst. Der kann sich verbiegen, verbeugen und, ähm, verwandeln. Und die Verwandlungskunst ist auch was, das, ähm, bestimmt manche vergleichen mit, wenn ich mich jetzt vergleichen würde, äh, verkleiden würde, müsste ja die Verkleidung haben, wie geht denn das und wie schnell er das kann von Panel A nach Panel B. Ähm, ich selbst, wenn ich mich jetzt mit der echten Welt vergleiche, also den Fred Clever mit der echten Welt vergleiche, ich laufe gar nicht von Panel zu Panel. Also es ist, für mich stellt sich gar nicht die Frage, wie löst er das aus, aus wissenschaftlichen Dack'schen Erklärungsbeweggründen. Es ist einfach so, dass er das kann und das kann er mit dem, worin er sich verkleidet, sieht er dann nicht nur so aus, sondern er hat dann auch die Fähigkeiten und das, das frage ich mich gar nicht, wie ist das physikalisch möglich? In dem Comic ist das möglich und im Comic gelten andere physikalische Gesetze als hier bei uns. Das ist so und das ist wunderbar und das ist, da ist der Fred Clever der Hammer. Also der nimmt das auch als Teil seines Ausdrucks. Also der verkleidet sich teilweise als das, was er gerade, ähm, ja, emotional erlebt, wie der gibt, anderen es aufzeigen möchte. Und deswegen gehört das zu ihm dazu und das kann er wie kein anderer. Also der verkleidet sich von, ja, einem kleinen Flow bis zu einem ganzen Universum in alles Mögliche, was gerade passt oder witzig ist oder schön gezeichnet da aussieht. Also eher so eine Art Verwandlungskünstler sogar, ne? Genau, der ist ein Verwandlungskünstler und lebt das im Alltag, ähm, mehr oder weniger, eigentlich weniger nicht, aber mehr. Und ab und zu, ähm, fällt mir auf, wenn es einen Comic gibt, wo die ersten vier Seiten keine Verwandlung vom Fred Clever vorkommt, das fällt sofort auf. Manchmal ist halt, ähm, in den späteren Alben sind die ersten zwei Seiten oder die erste Seite mindestens, ähm, eine Einführung in die Geschichte historisch gesehen. Also wenn es zum Beispiel um Geld geht, ist die erste Seite von dem Comic-Album und dann, wie kam der Mensch zu Geld? Erst hat man Ware gegen Ware getauscht, dann vielleicht, ähm, Ware gegen etwas Gleichwertiges, ähm, dann nimmt man als Tauschmittel, um eine Währung zu haben, Geld oder Geldähnliches und so weiter. Das kommt ja immer auf den ersten Seiten vor. Und erst danach kommt ja frühestens der Fred Clever vor. Und manchmal hat er auch seinen schwarzen Anzug einfach an oder es kommt erstmal nur der Mr. L vor und manchmal ist der Fred Clever zwei Seiten nicht verkleidet, fällt voll auf. Ja. Und in was der sich alles verkleidet und wie schön das dargestellt ist und wie kreativ das ist. Ähm, ja, also jeder, der einfach sagt, der Ibanez klaut von woanders Comics, das ist nicht gemeint, dass seine Idee mit dem Fred Clever und all die Welt drumherum, ähm, irgendwo hergeklaut ist. Das ist wirklich Clever und Smart, ist Clever und Smart. Und, ähm, alles kam irgendwo schon mal vor. Es hat sich auch schon vor Clever und Smart mal irgendjemand verkleidet, aber es war noch nie jemand, ein Verkleidungskünstler wie der Fred Clever. Mhm. Ja. Sehr, sehr oft bleibt bei den Verkleidungen nichts vom Fred Clever übrig, außer dass wir ihn als Leser erkennen, die Brille und die lange Nase und manchmal noch der Steifkragen. Mhm. Das sieht dann so witzig aus. Mhm. Und der, ähm, übt auch seine Verkleidung. Das heißt, ähm, wenn die zusammenkommen, der Jeff und der Fred, ähm, manchmal wohnen sie in derselben Wohnung, manche besuchen sich gegenseitig, ähm, dann vermutet auch oft der Jeff, dass der Fred jetzt gerade diese verkleidete Katze ist und tritt ihr auf den Schwanz und die Katze miaut, weil es eine echte Katze ist und der Fred war jetzt nur verkleidet als, ähm, das Halsbändchen oder als sonst was. Mhm. Mhm. Sehr witzig, ja. Ja, gut, das ist ja dann so ein Kernelement auch von der ganzen Serie sicherlich. Ein ganz wichtiges Kernelement, genau. In manchen Episoden gelingt es dem Fred durch Verkleidung, dass er den Verbrechern, ähm, sich in das Versteck unterjubeln kann oder den Verbrechern entgeht, wenn sie ihm auf die Nase hauen wollen. Ähm, sehr oft ist dieses Verkleidungselement, ähm, dazu beitragend, dass irgendwas in die Hose geht bei Fred und Jeff, bei denen immer alles schief geht. Ähm, manchmal kann man sich, kann er sich vorm Jeff verstecken, ohne dass es Absicht war. Manchmal erkennt ihn der Jeff, ähm, manchmal, ähm, bleibt er wirklich als Baum mitten, ähm, am Straßenrand stehen, der Fred. Und der Verbrecher rennt vorbei oder die Polizisten rennen vorbei. Die Polizisten nehmen verkehrterweise an, dass er was Böses getan hat. Und in diesem ganzen Chaos, wenn Fred und Jeff aufdrehen, ähm, gehören immer auch die Verkleidung mit dazu. Mhm. Die richten immer überall Chaos an. Und die Hella von Sinnen hat es so bezeichnet, dass alle vier Seiten immer wieder dasselbe passiert, weil ein neues Kapitel startet mit einem neuen Ausgangspunkt. Ja, aber die Variation ist ja das Witzige bei. Mhm. Ja. Und das ist das Hammerwitzige. So, dann würde ich sagen, kommen wir doch noch mal ganz kurz zu den verschiedenen Ausgaben, die es da so gab. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, da gab es natürlich die Erstauflage. Genau. Aber jetzt nochmal das Alleinstellungsmerkmal welches? Also bei der Erstauflage von den Kontoausgaben bei Clever & Smart ist halt, dass das Clever & Smart Schriftzug-Logo auf weißem Grund war. Mhm. So hat es jetzt ja auch bei den Carlson-Klassikern angefangen. Mhm. Und, ähm, irgendwann gab es eine Zwutauflage und die hat sich dadurch unterschieden von dem ersten Eindruck vom Cover, dass das Logo dann nicht auf weißem Grund war, sondern in so einem, ja, achteckigen Kasten, der farblich, unterschiedlich farbbunt war. Mhm. Also mal in Blau, mal in Rot. Oh, so ein komplettes Infokästchen eigentlich. Genau, sowas. Jawohl. Und was es dann auch noch gab, neben der ersten und der zweiten Auflage, ist dann halt eine Drittauflage. Mhm. Und die hatten sie, ähm, ja, würde ich jetzt aus heutiger Sicht fast mal sagen besonders edel daherkommen lassen, weil das Cover, ähm, die weißen Flächen sozusagen waren dann nicht mehr weiß und auch nicht mehr bunt, sondern die waren dann in Goldfarbe. Mhm. Ähm, was sich der Leser wahrscheinlich überhaupt nicht drum kümmert oder, ähm, drüber nachdenkt, das ist dann ja auch von der Farbe her eine Goldfarbe, das ist viel teurer zu drucken. Mhm. Aber scheint es ja wohl für einen Verlag gelohnt haben. Und es hatte auch nochmal eine extra Bezeichnung dann, ne? Ähm, genau. Die Drittauflage hieß Golden Comic Gags. Mhm. Ähm, stand anfangs auch oben Drittauflage drauf. Mhm. Ähm, anfangs bei den ersten 13 Bänden stand auch drauf, dass die komplett neu getextet sind. Okay. Wenn man das vergleicht, ähm, ähm, also ich hab da jetzt nicht den neuen Texthammer entdeckt, sondern, ähm, mir kam es auch nicht vor, als hätte er es nochmal frei von vorne getextet, sondern als hätte er oft, ähm, ich sag mal, wenn in der Sprechblase zum Beispiel einen Satz ist, einfach nur den Satz umgestellt. Mhm. Ähm. Ähm, vielleicht einfach nur, dass, weil man 20 Jahre später beim Reden auch Sätze anders formuliert, vielleicht hat sich da ein bisschen aktualisiert. Genau. Und, ähm, das ist dann halt der inhaltliche Unterschied, dass die Drittauflage neu getextet ist, aber ab der Band 14, gab glaube ich 50 Bände, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde dann der Text nur noch angepasst und die ersten 13 hießen komplett neu getextet. Und wenn man jetzt hier so ein goldenes Ding in der Hand hat, ähm, und man hat ein anderes goldenes Ding in der Hand, lass mich zu schnell verwechseln, auch ein cleverer Smart Heft. Ähm, die golden Comic-Gags hatten auch einen goldenen Rahmen um das Cover-Motiv. Mhm. Und, ähm, wenn's nur oben hinter dem roten Schriftzug Gold war, dann ist das ein Band aus der Sonderband-Reihe. Mhm. Das ist meiner Vermutung nach die beliebteste und erfolgreichste Reihe gewesen. Die ist hauptsächlich dann, ähm, ein neuer Band rausgekommen, wenn nächste Fußball-Weltmeisterschaft oder, ähm, eine Olympia-Anstand, eine Olympiade. Mhm. Dann gab's dazu immer ein Themenband, ähm, und die sind in Deutschland als extra Reihe rausgekommen. Ein Themenband. Ein Themenband. So was. Ja. Es gab dann aber auch Ausnahmen, dass zum Beispiel, ähm, wenn Hongkong endlich nach 100 Jahren britischer, war das britischer Zugehörigkeit, endlich wieder eigenständig ist, gab's dazu auch ein Sonderband. Ähm, in dieser Reihe, die ersten acht Sonderbände waren nummeriert mit 1 bis 8. Mhm. Und ab dann, ähm, hat man die Nummern weggelassen, sondern nur noch ein Jahr dazugeschrieben, WM 2000 oder sowas. Und die sind dann auch außerhalb der eigentlichen Nummerierung erschienen? Genau. Ja. Zusätzlich, jawohl. Hatten die eine eigene Nummerierung oder hatten die sowas gar nicht, oder? Nur die ersten acht. Ah. Später dann keine Nummer mehr bei, sondern nur noch die Jahreszahl, aber die ersten acht waren mit Nummern nummeriert. Mhm. Jetzt, was mir hier zufällig vorliegen haben, weil ich einfach mal ein paar cleveren Smarts, ähm, ja, ein paar, ich könnte ja behaupten, es sind die einzigen, ich hab, aber ich hab ein paar mehr, aber ich hab jetzt mal so eine Handvoll genommen. Ja. Und da hab ich jetzt hier gerade den Spezial-Sonderband 1997 Hongkong in der Hand. Zurück an China ist doch Plima, heißt der. Mhm. Und, ähm, in dem Band, ähm, kommen zum Beispiel weder auf dem Cover noch innen drin irgendwo ein Zigarettenstummel rumliegend vor. Mhm. Das heißt, es hat nicht immer jeder Band Zigarettenstummel. Später haben sie dann. Ja, wie du vorhin schon mal gesagt hattest. Ja. Genau. Keine. Ähm. Wann war es denn mit der Serie eigentlich rum oder mit der, mit der, oder in Deutschland? Ja. Ähm, also der. Weil ich kann mich noch entsinnen, dass die noch relativ lang in den Regalen entstanden. Genau. Also der, der Haupt-Condor-Fleißige, der mit Clever & Smart verbunden ist, ist der Herr Bieler gewesen. Mhm. Der hat sich damals, ähm, nach eigener Aussage den, den Schriftzug überlegt, das Logo und so weiter. Dem gehören auch die Rechte dran. Mhm. Und, ähm, dem lag sehr viel an Clever & Smart. Der hat das so lang rausgebracht, wie er konnte, egal wie die Verkaufszahlen waren. Und, ähm, leider war dann irgendwann die Zeit für Clever & Smart vorbei. Habe es an mir selbst auch gemerkt. Früher habe ich immer gefiebert aufs nächste Heft. Irgendwann habe ich mich gefreut, wenn das nächste Heft kam, aber nicht mehr drauf gefiebert. Und irgendwann habe ich gedacht, huch, es kommt ja schon wieder ein neues raus. Ich habe es letzte nicht gelesen. Ähm, es ist halt über 30 Jahre, 36 Jahre lang kam Clever & Smart in der Erstauflage raus. Mhm. Ähm, die Lizenzen sind auch nicht so günstig. Das ist halt, ähm, in Spanien ein, ein Riesenhit. Das kostet dann auch ein bisschen was an Lizenz. Das heißt, die Erlaubnis, hierzuland zu drucken, muss man sich erkaufen. Und, ähm, wenn dann die Verkaufszahlen nicht mehr so gut sind, dann steht das in keinem guten Verhältnis, wenn das so viel kostet. Und dann hat, ähm, der Condor Verlag, später hieß der Compat Verlag, ähm, dann auch irgendwann einfach nur in der Hauptserie mit der Fortlaufnummerierung, erstmals mit der Nummer 143, ähm, auch alte Geschichten nochmal in der Nummerierung von der einstmaligen Erstauflage rausgebracht. Mhm. Und bei der 143, da, ähm, gab es dann auf einmal auf, ich schlage mal hier die erste Seite auf, auf, wo steht's, RTL, Clever & Smart Zeichentrickserie. Das haben sie hier halt beworben und haben so getan, als wäre deshalb aus diesem Grund nochmal hier eine alte Geschichte, das ist der Band Nummer 9, nochmal rausgebracht. Aber es kam später halt immer wieder vor und ab irgendeiner Nummer, ich glaube ab 173. Ah, dann nochmal, also in der Nummerierung fortlaufend, aha. Genau, gab es dann nochmal alte Abenteuer. Mhm. Und, ähm, da hat er halt ein bisschen Lizenzgebühren gespart, um es länger rausbringen zu können. Die Fans haben es schade gefunden, dass keine neuen Alben mehr kamen. Ähm, die alten Dinger muss man auch nicht nochmal kaufen. Das heißt, die Verkäufe gingen noch weiter zurück und 2012 ist dann mit der Nummer 210 das letzte Heft bei Condor erschienen. 2009? Ne, 2012 war das. 2012, ja. 2009 war auch irgendeine Jahreszahl, aber ich weiß gar nicht mehr, womit das mit Clever & Smart vergriffen war. Okay. Ja. Genau. Und was man hier... Gab's, gab's denn noch Nebenserien ansonsten? Also jetzt mal, mal abgesehen von dieser Sonderreihe, die es dann praktisch zu Spezial-Events gab, oder? Ähm, was es neben den Alben gab, waren noch Taschenbücher. Mhm. Und, ähm, das waren auch Kurzgeschichten, die selbst, ich weiß nicht von wem, zusammengesetzt wurden. Teilweise, ähm, aus alten Zeichnungen vom Ibanez anders zusammengesetzt, also sogar gut gezeichnet auf den ersten Blick aussah. Und dann hat man da irgendwelche Geschichten zusammengeschustert, die teilweise überhaupt keinen Sinn gemacht haben, nichts waren. Ähm, manchmal haben deshalb Leute auch Clever & Smart schlechte Erinnerungen, weil sie zum Beispiel nur ein Taschenbuch gelesen haben oder gerade das schlechteste Album, was es gab, kennen. Ähm, ja, also ich habe Verständnis für die Leute, die die Taschenbücher jetzt nicht so gut fanden, dass die dann einen schlechten Eindruck von Clever & Smart haben. Aber das Clever & Smart Taschenbuch auf Deutsch war nochmal eine andere, ganz andere Kategorie für sich. Qualitativ, ähm, wenn man es Kurzgeschichten nennen kann, ähm, ja, teilweise sinnlose, ähm, handlungslose Kurzgeschichten. Also Handlungen hatten die schon, aber die hatten nicht mal ein Ende. Irgendwo hört es einfach auf. Ähm, das gab es noch. Und, ähm, ansonsten weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade irgendwas vergessen habe oder auf dem Schlauch stehe. Sonst gab es nichts Neues an einem anderen Material. Was es auch noch gab, waren Sammelbände. Ähm, dadurch, dass ich als Kind mit meinem Geld haushalten musste und nur Taschengeld hatte, habe ich mir die nicht gekauft. Wobei immer, ähm, bei Taschenbüchern und bei Sammelbänden und bei nochmal Verwertungen, ähm, die Cover waren halt immer der Hit. Und bei den, ähm, Sammelbänden als Album oder als Taschenbuch, es wurde immer ein neues, ähm, Neuillustration bei den Sammelbänden verwendet, die man noch nicht kannte. Und das war eigentlich schon fast wert, das Ding zu kaufen, wenn ich nur damals das Geld gehabt hätte. Also es gab eine Reihe, die hieß extra Sonderheft Clever & Smart. Ähm, es gab eine Reihe, die hieß irgendwas mit Jumbo Spaß oder sowas. Und da waren halt immer die Vorderbilder nochmal, ähm, für mich neu, ähm, absoluter Hit und extrem witzig. Bei den ganzen Vorderbildern von Clever & Smart ist es dann auch so, egal jetzt ob extra Sonderband, Erstauflage, Zudrauflage, Drittauflage, ähm, die Cover waren halt, ähm, eine sehr schöne Momentaufnahme eines Über-Gags. Und da kam auch, ähm, sehr pointiert der Haupt-Gag rüber. Ähm, bei den spanischen Ausgaben war das, ähm, nicht das Logo, also das Schriftzug, sondern die, die Zeichnung in Prägedruck. Das heißt, die waren entfühlbar. Und da war die Haupthandlung dann immer erfühlbar. Und im Hintergrund gibt es noch tausend andere kleine Hintergrund-Gags. Und die Hintergrund-Gags ist das, was uns als Kinder so viel Spaß gemacht hat, die zu entdecken, die zu zählen. Und die waren nicht nur in den Comic-Seiten beim Lesen drin, sondern schon auf dem Cover. Ja. Und dann war das aus unserer Kinder-Sicht. Oder dann später sicherlich auch immer mehr, ne? Genau. Aus unserer Kindersicht war das das beste Cover, was die meisten zählbaren Hintergrund-Gags hatte. Also elf war, wenn ich mich da richtig an meine Kindheit erinnere, irgendwann mal, ähm, eine Riesenzahl, dass neben der typischen Handlung oder üblichen Sachen, die man optisch darstellen kann, überall nochmal was versteckt war oder, ähm, nicht bei anderen Comics oder bei Fotografien vorkam. Also ich, zum einen, der Ibanez hat seine Signatur immer, ähm, gezeichnet auf scheinbar einen Zettel, der rum lag, irgendwo hingepinnt ist oder an einem Berg hängt oder später dann sogar Eigenleben hat, dass der selbst rumläuft. Mö. 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 Mal gucken, ob ich das hier auf die, also hier ist auch, hier als Abroll, ähm, ja. Könnte eine Klorolle sein, oder? Könnte natürlich eine Papierrolle sein, ja. Ähm, später hat die dann Arm und Beine und erlebt, was diese, ähm, Signatur, jetzt habe ich natürlich, da, hier, Arm und Beine. Also bei Heft 142, das war noch eine neue Geschichte, ist es so, dass auf dem Cover, ähm, vorm ausbrechenden Vulkan, vor der Lava wegrennt, ähm, Jeff und Fred uns entgegenrennen. Mö. 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 Richtig, ähm, temporeich, actionreich. Und dieses Heft, zum Beispiel jetzt die 142, hat 100.000, also 100.000, ähm, also sehr viele, ähm, Hintergrundgags, zum Beispiel, ähm, eine, ein, ein Sandwich, das aus dem Rucksack, den der Fred aufhat, rausguckt, aus dem Sandwich guckt eine Wurst raus und eine Krabbe. Und die Krabbe, ähm, hat goldige Augen und lächelt, lässt sich, ähm, über den Rücken hängen. Dann ist an dem Rucksack noch drangebunden, ähm, eine Trinkflasche. Da könnte man jetzt noch sagen, ähm, das ist kein, kein Accessoire, das als Hintergrundgag mitzählt, weil der Wasserflasche ist in der Wasserflasche, die kann am Rucksack hängen. Aber an dieser Wasserflasche hängt dann halt, also hier ist alles bis ins kleinste Detail gezeichnet, nicht nur oben der Pfropf dran, sondern unten an der Schnur auch noch ein Weinglas dran. Das wäre jetzt schon wieder nicht mehr normal. Und dann steht da einfach nochmal, ähm, ähm, auf der Flasche noch mit, ähm, was ist das? So Scheinaufklebern, ähm, ähm, dass da jetzt hier in diesem Fall, ähm, in der deutschen Version Almjodler 90% drin sei. Hier bei dem Kompass, dem man jetzt auch zugestehen könnte, dass den ein, ein Bergsteiger haben könnte, ist aber an dem Kompass, ähm, eine Antenne dran. Ähm, hier sehen wir gerade, wie dann die Signatur lebendig geworden ist vom Ibanez. Die hat Arm und Beine und rennt weg. Und zwar, ähm, wird die trotzdem immer noch dargestellt wie so ein Papier und die Füße sind verkohlt, weil er ja über die Lava wegrennt. Ähm, es hört gar nicht auf. Also ich habe jetzt nur drei Sachen genannt. Hier haben wir dann noch zwei Mäuse, die aber nicht so, oder Ratten, weiß ich jetzt nicht, die nicht so rumrennen, sondern die auf Skiern rum, äh, flüchten, hantieren. Die haben ja auch noch eine Sprechblase, lass uns Ski laufen, da oben gibt's Schnee, du Blödmaus. Ähm, macht auch nicht viel Sinn, weil da oben bricht nämlich gerade der Vulkan aus. Der Jeff hat schon angekohlte und der Fred auch, äh, von der Lava weggekohlte Füße. Ähm, die Schuhe sind schon weg. Der Jeff, was hat der? Ähm, Reißverschluss, Zippel, ähm, Hut auf, ähm, die Explosion. Also hier geht's Motiv noch weiter, dass jetzt hier nicht abgedruckt ist. Manchmal, wenn ich dann spanische Ausgaben sehe, die haben hier oben nicht das Logo weiß unterlegt, sondern geht's Motiv weiter. Da kommen dann noch Flugzeuge und sowas hier vor. Und diese tausend Hintergrund-Gags, das war halt der Hit für uns Kinder. Ähm, hier hat auf diesem extra Sonderheft 39 auf dem Cover auch das, die Signaturen Eigenleben. Die hat nämlich, ähm, eine Angel in der Hand. Und am Angelhaken ist ein Wurm. Und das ist so platziert, dass das vor der Action passiert, dass es so aussieht, als könnte man definieren und sehen, dass der Wurm die Fütterung von dem Hai sein soll, mit dem der Fred gerade kämpft, wo der Jeff am Strand zuruft, Achtung, Achtung, an den Darsteller mit Brille. Der Plastikhai befindet sich hier am Strand. Also er tickert gerade einem echten Hai den Finger ins Auge und zieht ihm an den Nasenlöchern lang. Und auch hier ist im Hintergrund überall noch irgendwas. Und wenn man das so cool findet, diese Hintergrundsachen zu entdecken, zu zählen und zum Beispiel auch mit einem Freund zusammen, wer findet die meisten, dann ist es, man freut sich über jeden Hintergrundgag. Dann ist es kein Wunder, wenn in der Hochzeit in den 80er Jahren der Ibanez das auch immer weiter auf die Spitze getrieben hat, dass da dann halt so viele Hintergrundgags überall und immer waren. Und wenn ein Hintergrundgag eine Mini-Handlung hat, dann gibt es in diesem Mini-Gag in der Handlung nochmal einen, in dieser Szene einen Hintergrundgag, wo nochmal ein Hintergrundgag drin ist. Und das ist dann irgendwann so übertrieben, ja, dass für jemanden, der jetzt das typische Gucken eines, einer Comic-Seite Pendeln für Pendeln nicht gewohnt ist, vielleicht auch gar nicht mehr so ganz die Kurve kriegt. Aber für uns Kinder war das der Hammer. Ja, habe ich jetzt irgendwas, was ist veröffentlicht? Was war denn, was war denn, was war denn dann in der Extra-Ausgabe drin, inhaltlich? Das ist leider nicht im Impressum oder irgendwo vermerkt, aber wenn zum Glück dann noch die Seite mit dem Vorbild da ist, das ist auch nicht immer, oft fängt es mit der ersten Comic-Seite an, da muss man es selbst wissen. Ach, guck mal hier. Erkennst du, dass das könnte der Kohl sein? Ja. Ich schlage gerade mal das Extra-Sonderheft 39 auf. Da ist auch gar nicht in der ganzen Auflage überall immer dasselbe drin, sondern die haben halt vom Kiosk zurückgekriegt die nicht verkauften Hefte und haben die wiederverwertet, haben Umschlag abgemacht, neuen Umschlag drum, zwei Bände in einem und dann hieß es zum Beispiel Extra-Sonderheft 39. Und in dem, was ich jetzt habe, ist jetzt hier als erstes die Geschichte drin, jetzt kriegt Brüssel was auf den Rüssel. Und wenn man jetzt diese Sachen auf dem Flohmarkt zufällig gesehen hat oder nicht gesehen hat, also hier ist jetzt, ich habe mal durchgeblättert bis zur Mitte, dann kommt hier als nächstes das zweite Abenteuer und hier steht zum Beispiel für uns nicht erkenntlich, welche Story das ist. Also die Nummern stehen auch nicht bei, auch nicht im Impressum nirgends und es ist auch nicht einheitlich. Es gibt jemand, der listet alle Comics auf, zum Beispiel Comic-Preiskatalog oder B, im Internet Comic-Guide.de. Die lassen deshalb solche Veröffentlichungen auch unerwähnt, weil es nicht definierbar ist. Man kann nicht sagen, was hier drin die zwei Geschichten sind, weil vielleicht 20.000 mit diesen zwei Geschichten gedruckt wurden, 20.000 mit anderen zwei Geschichten und nochmal 20.000 mit noch anderen Geschichten oder vielleicht auch ganz anders verteilt. Und so konnte man halt querbeet lesen. Also früher, da waren sehr viele cleverer Smartleser, auch nicht Sammler, die jede Nummer brauchten, sondern die immer das, was sie noch nicht kannten, als Abenteuer auch gekauft haben. Die waren dann für solche Extra-Sonderheft-Reihen, Jumbo-Spaß-Reihen und sonstige Jahrbuch-Reihen sehr dankbar, weil Hauptsache viel Abenteuer für einen guten Preis ist natürlich doppelt toll, als wenn ein Abenteuer für einen Preis kommt. Hier hat sich gerade Fred als Baum verkleidet und zieht hier dem anderen, ich nehme an, dass ich erkenne nicht, wer es ist, versucht was aus der Tasche zu ziehen. Geht schief, sehr witzig, hier kommt schon der nächste Lacher. Lest mal wieder einen cleveren Smart-Comic, liebe Zuhörer. Sehr witzig. Oder schaut einen cleveren Smart-Film. Genau, neben den reichen Tricks, die dann auch als Film umgebotet wurde, gab es auch, weil das so über erfolgreich in Spanien ist, zwei Realfilme. Da habe ich jetzt die Jahreszahl nicht parat, interessiert aber auch keinen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war 2003 in Deutschland der erste Film. Aber was jetzt auch keinen interessiert, aber ich besonders cool und voller Stolz erzähle, der lief nur eine Woche, weil da keiner ins Kino ist, war das ein riesen deutscher Flop. Und deshalb kann auch kaum jemand erzählen, dass er da im Kino war. Aber ich habe den ersten cleveren Smart-Film in deutschen Kinos gesehen. Jetzt denkt jeder Zuhörer, wow, zwei Respekt-Punkte. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe sogar noch die Eintrittskarte irgendwo, also bestimmt. Sag mir doch mal kurz, wie war denn das mit der Story da beim ersten Film? Also ich habe den auch irgendwann mal gesehen. Ja. Natürlich nicht im Kino, aber dann später. Und ich kann mich da sogar nicht mehr richtig dran erinnern. So gut war nämlich die Story auch. Ja. Also erstens war es eine Realfilmung. Das heißt, man hat echte Menschen genommen und hat beim Casting bestimmt versucht, Leute zu treffen, die schon so aussehen wie der Frank Clever oder der Jeff Smart. Jetzt sind das Comicfiguren und kein Mensch sieht aus wie Comicfiguren. Aber jetzt relativ gesehen, wenn man einfach weiß, dass Menschen eher wie Menschen aussehen, die waren sehr nah dran optisch. Und ich weiß nicht, wie viel Computertechnik der nachgeholfen hat. Ich glaube, beim ersten Film noch nicht so. Das heißt, die haben wirklich Menschen genommen, die mehr oder weniger so komisch, krumpelig aussahen. Dann haben sie ja als Synchronstimmen auch jenseits von den Zeichentricks Synchronstimmen was probiert, was der letzte Müll war. Es wurde so formuliert, dass das damals berühmte Leute waren, die da zur Synchronisation herangezogen wurden. Bei Disney nimmt man ja auch gerne gerade in Leute, die beliebt sind, Leute, dessen Stimmen man mit Positiven assoziiert. Und es ist ein Duo, also muss es natürlich auch ein Duo sein. Clever Smart ist ein Duo, dann nehmen sie auch ein Duo als Synchronisationssprecher für Deutsch. Ich nehme an, das wissen die Spanier gar nicht, was hier in Deutsch passiert ist, aber die hatten auch mal eine Hochzeit. Und es wurde auch mal formuliert, dass das zur Hochzeit von Erkan und Stefan passiert sei. Aber ich war damals im Kino und ich erinnere mich sehr gut, die Hochzeit von Erkan und Stefan war leider rum und keiner wollte mehr Erkan und Stefan. Und dann haben sie die als Synchronstimmen für Clever & Smart genommen. Und ich bin da nur als Clever & Smart Fan rein. Als objektiver Betrachter werde ich da sonst nicht rein. Und es ist genau das in dem Film vorgekommen. Und ich habe es im Kinosaal erlebt, was ich befürchtet habe. Das war der letzte Müll. Der ganze Film war nicht richtig gut. Da war jetzt spanischer Humor komplett drin, ohne die Condor-Übersetzung mit Eigenhumor. Spanier lachen da sehr drüber. Das versichern mir Leute, die aus Spanien kommen immer wieder. Als Deutscher ist man es erstens nicht gewohnt, zweitens hat man da kein Verständnis für. Drittens kennt man es leider nicht, diesen Humor. Man lacht sehr wenig. Einziger Gag, den ich bis heute noch aus dem ersten Film in Erinnerung habe, war der Begriff Gummimauer. Da habe ich gelacht. Falls ihr den Film anschaut, ihr werdet... Viel Glück. Viel Glück. Aber ihr werdet die Gummimauer erleben und ihr werdet da wahrscheinlich auch lachen, weil das war witzig. In Spanien gab es dann noch einen zweiten Realfilm, der ist gar nicht erst auf Deutsch irgendwo probiert worden. Und dann gab es halt, wenn man jetzt schon wechseln wollte... Weißt du denn, in welche Länder die Filme noch gingen, außer jetzt Deutschland, Europa-weit? Nee, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon noch, ne? Irgendwie. Aber, na gut, das wäre jetzt Spekulation. Das weiß ich leider gar nicht. Oh, jetzt hast du mich erwischt hier. Ja, manche Fragen muss man ja mal stellen, wo auch alles. Aber weißt du was? Ich könnte mir vorstellen, dass es in Europa halt noch Frankreich oder Italien oder so, die angrennt, rundherum die Länder und so weiter und so fort. Also, ja, ich weiß ja auch nicht, wie weit man synchronisieren muss. Also Portugal hat ja eine eigene Sprache, ist ein Nachbarland. Ich weiß gar nicht, wie gut in Portugal clever und smart, berühmt, beliebt, hochgehalten wurde. Naja. Ja, und dann kommen wir zu dem etwas erfolgreicheren Film wahrscheinlich, oder? Ob der erfolgreicher ist? Also in Spanien sind die alle erfolgreich gewesen. Da gab es ja den zweiten Realfilm wegen des Erfolges. Und danach gab es noch einen Film, auch wegen des Erfolges, aber auch vom Guck-Erfolg des Zuschauers her gibt es einen sehr erfolgreichen Film. Also jeder, der den gesehen hat, den ich jetzt kenne, der sagt, hey, hey, hey. Und dann habe ich natürlich auch selbst gesehen, du hast ihn auch gesehen. Es gab einen Film, der hat jetzt gar keinen individuellen Titel, der heißt einfach nur Clemens smarten, geheimer Mission, aber es gibt einen computeranimierten Film, der absolut aktuellen Qualitätsstandards, was das Tricktechnische angeht. Das ist der Hammer, ja. Genau. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und auch Leute, die jetzt vielleicht nur mal ein Taschenbuch von Clever & Smart gelesen haben, haben vielleicht den Film gesehen und sagen, huch, was ist denn das? Also das ist sehr gut. Dann habe ich jetzt auf Comicforum.de gibt es auch einen Clever & Smart Thread. Da hat auch jemand… Fred, verstehst du? Fred Thread. Hey, was weiß ich? Clever & Smart erobern das Internet. Was denn das für ein Thread, lieber Fred? Und die, ja, auch die Hella von Sinnen hat festgestellt, dass der Film sie richtig unterhalten hat. Sie würde es fast gut nennen. War da so ein Filmschnipsel von dem, wie heißt das, Comic Talk. Und wir zwei haben ihn auch gesehen. Und wir beide besitzen ihn selbst auf Tonträger- oder Bildträgermaterial, genau. Und der Film, der ist in Spanien 2014 rausgekommen, hier jetzt 2017. Habe ich mir gleich wieder zugelegt, als ich mich selbst in diesen… War aber auch nicht im Kino, ne? Nee, hierzulande nicht im Kino. Heutzutage habe ich einen nicht ganz so kleinen Fernseher, das heißt, es ging. Es war kein Vergleich mit Kino und ich habe auch nicht den größten Fernseher unter den Angebern, aber war ganz gut zu gucken. Und der hat von vorne bis hinten richtig Spaß gemacht. Hat sehr viele geliebte Elemente aus der Clever & Smart Zeit mit wiedergegeben. Das heißt, die haben genau auch das getroffen, weswegen man Clever & Smart mochte. Ja, und der Film war optisch, humortechnisch, erzähltechnisch, einfach richtig gut, richtig rund. Das Einzige, weil Clever & Smart halt keinen Erzfeind hat, konnte man jetzt auch nicht sagen, wen nehmen wir denn beim Konzept von dem Film als Feind. Ja, also ich hätte mir jetzt in Erinnerung an ein paar schöne Comic-Alben einen anderen Schurken gewünscht, aber ansonsten, auch dieser Schurke hat es drauf voll durchgedreht, für Action und Tempo zu sorgen und hat auch Hochhäuser zum Einsturz gebracht. Also der ist auch tauglich als Schurke. Vor allem dem sein, ich weiß nicht, Handlangen kann man es nicht nennen, diesen bulligen Kloppertyp. Aber man, der hat ja auch so geile Momente gehabt. Wir sehen Harry Potter, nicht als Harry Potter, sondern der Fred ist ja der Verkleidungskünstler. Fred verkleidet sich als Harry Potter. Und als sonst noch alles, und es passt so gut rein, so schön, so witzig. Nee, war richtig gut. Und da hat man auch viele so Hintergrund-Gags dabei gehabt, ne? Genau, ja. Also man sollte auch ein bisschen auf den Hintergrund achten. Ja. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt von diesen neuen Verfilmungen, die jetzt so CGI gehen, was Comic-Verfilmungen angeht, anderes prominentes Beispiel, jetzt kann ich sicherlich Asterix zu nennen, bin ich sehr angetan. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Also hat von der Dynamik her sicherlich noch ein bisschen mehr Dynamik als eine 2D-Umsetzung jetzt. Gerade für Comic-Figuren halt. Wenn es Comic-Figuren... ...zeisnete Umsetzung. Aber es funktioniert natürlich auch um einiges besser als eine Realverfilmung, weil du da gar nicht so die Möglichkeiten hast. Natürlich kannst du da auch CGI reinbringen, aber du kriegst es nicht so fließend drüber, wie wenn das komplette Konzept auf CGI besteht. Die Comic-Figuren sehen halt aus wie Comic-Figuren und haben natürlich so ihre Feinheiten. Jetzt gerade beim erwähnten Asterix sieht man dann halt mal die Haare noch ein bisschen einzelner und sowas. Aber du erkennst die Figuren, die sehen eins zu eins sonst aus wie im Comic und das Ganze hat halt eine wunderbare Dynamik da drin. Und das spricht dann doch wieder für solche Verfilmungen. Also ich finde es sehr, sehr gut. Also ich finde auch nochmal einen Unterschied zwischen Zeichentrick und Realfilm und CGI. Wenn die Comic-Figuren einfach aussehen wie Comic-Figuren und die sind auf Papier gezeichnet, man kann das nicht immer eins zu eins so richtig gut rüberbringen als Zeichentrick-Figur, weil Comic-Figuren sind nicht immer Zeichentrick-Figuren. Also wenn sich Zeichentrick-Figuren bewegen und es versucht auf 2D so einen 3D-Effekt zu machen, das ist bei Werner zwar gut gelöst, aber es ist nicht mehr die Comic-Figur Werner. Bei anderen Filmen auch. Und der CGI kann nochmal ein paar Comic-Elemente so darstellen, wie es im Comic dargestellt ist, weil da eben die Möglichkeiten noch, ja, ausdehnbarer sind. Ausdehnbarer, super. Ja, nee, aber ich weiß ja, was du gemeint hast. Also das stimmt, ja, die Möglichkeiten sind einfach potenzieller, sagen wir mal so. Wer eine komplette, komprimierte Inhaltsangabe anhand von einer Story von einem Clevernsmart möchte, so ähnlich wie bei dem Peanuts-CGI-Film jetzt, da kommen ja auch fast alle Elemente aus 50 Jahren Peanuts drin, so ist das bei dem Clevernsmart-Film auch. Also diese typischen Elemente, die man an Clevernsmart mag, kennt, womit es verknüpft wird, die kommen fast alle in dem Film vor. Und ich hoffe mal, die Elemente, die jetzt nicht vorkommen, dass die vielleicht mit Absicht dort erst einmal ausgelassen wurden, um A, den Film nicht zu überladen, weil der ist ja knallevoll und das ist genau richtig. Und B, vielleicht wird das dann im zweiten Film aufgegriffen, so wie wenn es Best of ABBA 1 und Best of ABBA 2 gibt es ja. Da gibt es ja eine Fortsetzung, weißt du das? Ich weiß nichts von und ich habe auch nichts drüber lesen können. Also auf, ja, in deutschsprachigen Informationen gibt es null und bei spanischen Informationen, soweit ich es erkannt habe, gibt es auch keine Information, ob da jemals ein zweiter gedacht ist. Oder ein Plan. Ich wollte doch nochmal eine Frage stellen, wie war denn das mit der Altersfreigabe? Weil ich kann ganz ehrlich sagen, für ganz kleine Kinder ist der Film natürlich jetzt nichts. Nee. Aber da gibt es schon so das ein- oder abgetrennte Körperteil oder so. Das ist dann schon etwas heftig. Sieht immer ein bisschen aus wie eine Wurstscheibe, ja. Soll ich gerade mal gucken? Ja, kannst du gerne mal gucken. So, ja, es ist nicht nur behauptet, es ist wahr. Wir haben die Blu-ray davon. Und da steht FSK ab sechs Jahren freigegeben drauf. Ja, selbst ab sechs Jahren wäre ich etwas richtig. Aber, ja gut, man sieht halt, es sind Comicfiguren und es funktioniert schon ganz gut. Also allein die Anfangsszene fand ich halt schon richtig gut. Und jetzt viel zu spoilern zu wollen, also es funktioniert einfach alles sehr, sehr gut und hat Spaß gemacht, ja. Also es ist schon absolut durchgedreht, das weiß ich. Aber es ist sehr gut. Und wenn man bei anderen Filmen immer sagt, zweimal gucken, zweimal gucken, kriegst du das gar nicht alles mit. Also den cleveren Smart-Film, den muss man zweimal gucken. Ja, ich muss auch mal wieder gucken. Und eigentlich, wahrscheinlich findet man auch beim dritten und vierten Mal gucken immer noch mal irgendwo einen Hintergrund-Gag, weil man nach links geguckt hat, hat man den rechts übersehen. Ich habe ihn jetzt schon zweimal geguckt und es ist, beim zweiten Mal gucken, kann man auf was anderes achten und dann sieht man noch mal einen komplett neuen Film fast. Also wenn man jetzt die Ebenen mal differenziert und mal A guckt und dann mal auf B achtet, ist schon geil. Ja. Oder auch, weil er so temporeich ist, weil er so schnell ist. Ja, das stimmt. Manche ist gar nicht, der guckt, ja. Das meine ich halt, das funktioniert im Zeichentrick nicht ganz so doll, ja. Also du kannst natürlich wahnsinnig viele Dynamik in den Zeichentrick-Film reinbringen, aber ich glaube so, wie sie es da gemacht haben, das hätte nicht funktioniert. Und das hätte auch bei einem Realfilm nicht funktioniert. Nee. Und du hast mit so CGI-Filmen, das auch bei Tim und Struppi eigentlich der Fall war, hast du dann doch ganz andere Möglichkeiten, nochmal eine Dynamik reinzubringen. Und das funktioniert bei so einem Film wie Clever & Smart jetzt hier natürlich super. Also das ist schon... Das ist hammergeil, ja. Ja. Und vor allem, es gibt ja von Clever & Smart auch so viele Merchandels. Es gibt ja auch so Gummi-Plastik-Figuren. Und die sehen ja relativ, bis auf die schlecht produzierte Brille vom Fred, die sehen relativ gut aus, weil sie so aussehen wie die Comic-Figuren. Und wenn man jetzt die nicht bewegten Bilder, also bevor ich den Film gesehen habe, habe ich schon Abbildungen gesehen. Da weiß man nicht, wie es eine Bewegung aussieht, weil der Jeff hat ja hier Nasenlöcher, wobei er nicht in jeder Zeichnung Nasenlöcher optisch hat. Aber es ist so gut gemacht und bewegt. Es ist so geil. Und CGI, die Figuren sehen ein bisschen aus wie die Gummifiguren. Und das passt auch wieder, weil Clever & Smart sind nicht aus Gummi, sondern es sind Comic-Figuren. Aber sie bewegen sich manchmal wie Gummi, also Gummi-artig, sagen wir. Und dann passt das wieder perfekt. Ja. Ich könnte gerade jetzt nochmal gucken. Ja, macht's gut, liebe Hörer. Wir gucken jetzt nochmal Klo. Na, cool. Ja. Nee, kann ich nur zustimmen. Das war echt... Also ich würde mir wünschen, dass da einfach auch noch ein zweiter Film kommt. Weißt du, wie erfolgreich der in Spanien auch war? Nee, habe ich leider nicht rausfinden können, ob's da... Weil das wäre ja dann sicherlich erstmal ein Indikator dafür, dass der zweite kommt. Vielleicht zum nächsten Jubiläum oder sowas. Aber manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass nur der spanische Markt der einzig wichtige ist. Also bei Clever & Smart ist es so, es gibt... Es ist sogar von Warner Bros. Pictures gemacht. Ja. Ah, okay. Es gibt manchmal... Also die Madonna hat in den 80er Jahren ein Drittel ihres Vermögens in Europa und ich glaube sogar in Deutschland gemacht. Also manchmal ist es so, dass man im eigenen Land nicht den größten Umsatz macht, wobei Amerika so groß ist, sondern die dicke Kohle kommt dann von irgendwelchen verwöhnten reichen Ländern, die irgendwie auf Madonna stehen. Also bis heute in Italien gibt es gigantische Madonna-Fans. In Italien gibt es gigantische Comic-Fans. Ich weiß aber nicht, wie weit da Clever & Smart jetzt ankommt oder nicht. Keine Ahnung. In Dänemark, in Italien verkauft sich Disney viel mehr als in anderen europäischen Ländern. Ohne da vor allen voran... Irgendwo kommt Disney-Comics ja aus Amerika, aber in Amerika interessieren sich ganz wenig Leute im Verhältnis zu Europa für Disney gedruckte Comics. Und bei Clever & Smart in der Hochzeit war Deutschland ein ganz wichtiges Geldland für den reicher werdenden Ibanis. Vielleicht schafft es Carlsen ja, ich drücke die Daumen, dass ein Film kommt, weil ganz Europa ein Interesse an einem Film hat, nicht nur in Spanien. Also ich meine, das spült dann ja auch Geld in die Produktionskassen von den Filmemachern. Und heizt die Comics natürlich wieder an. Und heizt die Comics an. Cross-Selling, ja, Cross-Media. Vielleicht gibt es ja noch einen Comic zum Film und einen Film zum Comic und so weiter. Muss nicht sein, aber Clever & Smart finde ich... Achso, siehst du, das ist normal, aber das hat es dir eigentlich auch schon gesagt, aber das ist jetzt nicht die explizite Verfilmung von irgendeinem Album, ne? Nee. Nee. Also nicht, dass ich mich A dran erinnere und B, dass ich es irgendwo gelesen hätte. Es ist einfach eine Extra-Story für den Film mit ganz vielen Teilelementen aus 60 Jahre Clever & Smart. Also Teil-Gag-Elementen. Ja gut, dadurch, dass das Prinzip ja immer ein Ähnliches ist und da schon so viel Material dabei ist, ist es natürlich in dem Sinne dann auch schon, schreibt sich sowas ja nicht von selbst, aber da kann man natürlich mit den Elementen dann nochmal so ein bisschen hin und her spielen. Und natürlich, das ist ja das, was wir gerade gesagt haben, du hast bei so einem Film halt auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, dann irgendwas darzustellen als in einem Comic, ja? Ja. Was dann vielleicht auch einfach nur in einem Film funktionieren kann, wiederum. Genau. Also was im Comic... Allein was Geräusche angeht oder so gut, dass du vertraut wirst und sowas in Comics, aber trotzdem, also da geht es schon mal los, ja? Und dann Dynamik hast du halt auch, kannst du in Comics natürlich auch transportieren, ja? Das funktioniert halt auf der Weise. Gerade bei Clever & Smart funktioniert es ganz gut, aber trotzdem, das Bewegte macht dann doch nochmal ein bisschen was mehr aus, denke ich. Also in so einem Fall jetzt von so einem Film, ja. Also dicke Empfehlung, den mal zu gucken. Wer den noch nicht kennt, die Realfilme, ohne jetzt den zweiten zu kennen, würde ich sagen, lasst lieber außen vor, aber den Clever & Smart CGI-Film hier, den Animationsfilm, den kann man durchaus empfehlen, der macht richtig gut. Ja, finde ich auch. Ich werde vielleicht nochmal den ersten Realfilm gucken, weil, wie du gerade sagst, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was dir überhaupt vorkam. Du, aber nochmal... Dann guckst du erst den und dann guckst du nochmal den. Genau. Ja. 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 Was es dann halt auch gab in der Ruhepause, wo kein Clever & Smart auf Deutsch erhältlich war, also an Neuware. Es gab dann ein Fanprojekt und da ist auch im Comicforum irgendwo der Link gegeben und eine Seite in der Sprechblase 237 über diesen Fancomic. Es ist ein komplettes Album entstanden, wo der Clever & Smart Künstler gesagt hat, er möchte nicht, dass gedruckt wird. Und er möchte, weil er da schlechte Erfahrungen gemacht hat, nur, dass Comics gedruckt werden, die von ihm gezeichnet sind, die Clever & Smart heißen. Also jetzt Motadé y Filemon. Aber als PDF hat der Verlag erlaubt, darf er es rumreichend veröffentlichen, der Künstler des Fancomics. Und da kommen halt auch, weil der Künstler sozusagen auch das gesamte Werk ehren wollte, aus sechs Jahrzehnten eben Clever & Smart Elemente vor und die Geschichte fängt an mit optisch, sieht es erst einmal so aus, wird aber auch aufgelöst, dass es Sinn macht, als wäre Clever & Smart noch in der Anfangszeit zeichnerisch gesehen. Und dieser Fancomic. Aber schon in ihren jetzigen, also ... Ich will nicht spoilern, aber es ist ein Album, das so aussieht, als hätte es heutzutage sein können. Es ist ein Album, hinter dem der Ibanez nicht steht, weil es nicht von ihm ist. Und er hat da schlechte Erfahrungen gemacht, wenn der Verlag aufgibt, weil ihm die Lizenzen gehörten Anfang der 80er und Mitte der 80er, dass er da der Verlag wegen des riesigen Erfolgs fremde Zeichner dran setzte, ohne dass die Ibanez es verhindern konnte. Deswegen hat er da schlechte Erfahrungen mit. Deswegen möchte er nicht, dass gedruckt ist. Aber das ist sozusagen ein Fancomic. Das heißt, von einem Clever & Smart Fan, einen eigenen Comic, der auch ein paar Elemente hat, wie jetzt in diesem Film, die einfach so genial, clever & smart sind, dass er die auch mit wiedergeben wollte. Und das rund um 60 Jahre, was im ersten Jahrzehnt das Beste war, im zweiten Jahrzehnt optisch-humoristisch das Beste war, in eine Geschichte verfranst. Ist auch ganz angenehm zu lesen. Inwieweit war denn Ibanez in die Filme mit involviert? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, dass er sie hätte verbieten können. Und wenn er es gar nicht gewollt hätte, es lässt sich so ein bisschen nicht mehr zurückschrauben, wenn Clever & Smart ein Kulturgut in Spanien ist und er ist Erfinder, dann ist er der Papa von diesem Kulturgut. Da muss er halt gucken, wie er es so weit möglich gut voranbringt. Ich glaube, dass die Spanier die Realfilme toll fanden und dann hätte er es wahrscheinlich anders haben wollen, ein Veto einlegen können, wenn er es selbst so nicht hätte mitleben können. Das heißt, wahrscheinlich konnte er mitleben, hat es vielleicht sogar erlaubt, aber ich glaube nicht, dass er da mitgeschrieben hat. Ja, jetzt gibt es ja nun die, machen wir mal so ein bisschen noch so zum Abschluss, gibt es ja nun die Neuauflage bei Karlsson, wie eingangs schon mal erwähnt. Jawohl. Weißt du oder kannst du irgendwas zum Erfolg von dem Ganzen sagen? Kommt das wieder an in Deutschland? Also es gibt ja immer Erwartungen von verschiedenen Leuten und es gibt auch den Verlag und der hat auch Erwartungen und der Karlsson Verlag, der jetzt gerade die Serie neu gestartet hat, weil sie wieder rausbringen möchte, auf dem Markt etablieren möchte, der hat ja mit irgendeiner Startauflage angefangen und da habe ich ja schon erzählt, dass die schon ausverkauft, sogar schon die Zootauflage gedruckt und schon in die Läden gebracht ist. Das heißt, die haben sich sogar sogar beeilt, die wollen nicht, dass da irgendwo eine Lücke entsteht. Ja. Es sieht danach aus, das verkauft sich jetzt besser als die Erwartungen, des aktuellen Verlages. Der Verlag hat aber die Politik, dass er heutzutage überhaupt nichts über die Verkaufszahlen sagt, muss er auch nicht. Da gibt es ja keinen Zwang zu. Sehr schön, dass es eine Zootauflage gibt. In den 80ern wurden ab und zu Auflagen im Impressum mit dazu gedruckt. Also wenn man stolz war, das ist die Zootauflage 11.000 bis 20.000 Exemplare, dann haben sie es dazu geschrieben. Ich glaube auch Karlsson hat das damals gemacht. Ich würde mich freuen, wenn sie es wieder reindrucken, wenn sie irgendeine Grenze geknackt haben, über die sie stolz sind. Aber tun sie zurzeit gar nicht. Wenn man jetzt sich fragt, ist das die erste oder die Zootauflage? Karlsson veröffentlicht Comics und hat auf der Rückseite oft den Barcode. Und um den Barcode rum ist der vermerkt, dass es eine Zootauflage ist. Daran sieht man das, wenn man jetzt Clever & Smart Zootauflage in der Hand hat bei Karlsson. Insgesamt Clever & Smart hat sich in Spanien bestimmt immer sehr gut verkauft. Keine Ahnung wie viel. In Deutschland ist ja vor Karlsson alles, was Clever & Smart hieß, bei Condor erschienen. Über die Felix-Hefte habe ich keine Ahnung. Die sind halt irgendwann zu Ende gegangen. Da wird auch die Auflage zurückgegangen sein, bis es auf Null war, weil die sind ja eingestellt, hat nicht nur an Karlsson, äh, nicht an Karlsson, an Clever & Smart gelegen. Da kann man jetzt schlecht was zu sagen, wie Clever & Smart was gerettet hat. Das war ja ein Mich-Heft, ja. Genau ausgezögert hat, genau. Aber die Condor-Veröffentlichungen alle zusammengenommen, also inklusive Taschenbücher, inklusive Zweitverwertungen, extra Sonderheft, Zootauflage, Trittauflage, Sonderbände, alles zusammen, ähm, schätzt der Herr Bieler circa auf zwischen 30 und 50 Millionen Euro und hat auch immer nochmal erwähnt, dass da auch die Lizenzzahlungen dann dementsprechend hoch sind, wenn man so gut verkauft. Was ihm wohl immer ein bisschen schwer fiel, weil er wohl zum Schluss aufgeben muss, das rauszubringen, weil sich alles dann eben auch in so einem kleinen Teufelskreis immer kleiner gedreht hat. Wenn du, ähm, Geld sparen musst, wo du jeden schlechter verkäufst, bringst alte Bände raus, dann verkauft sich's noch schlechter und dann verdienst du noch weniger und hast noch weniger Geld, um neue Bände rauszubringen und dann war's halt irgendwann mal zu Ende. Aber in der Hochzeit, ähm, man kann in Clever & Smart heften, wenn die sich selbst freuen, ähm, über dem Impressum, freuen, dass da 25 Jahre Clever & Smart zum Beispiel steht und manchmal steht da auch so und so viele Millionen verkaufte Clever & Smart, wobei da jetzt nicht steht, ob es der deutsche Markt ist oder nicht. Mhm. Und, ähm, der Herr Biele hat sich mal geäußert, dass das circa zwischen, ich glaube, er hat die Zahlen genannt, zwischen 35 Millionen, 50 Millionen deutsche verkaufte Clever & Smart Publikationen waren und das ist ja ... Also jetzt nur bei Condor quasi. Nur bei Condor, genau. Ja, weiß nicht, ob irgendjemand interessiert, was ich einschätze. Ich bin kein guter Einschätzer, weil ich ja, wenn man keine Details hat, keine Fakten, ähm, den Wunsch bekommen haben, nicht so mickrig wenig zu drucken oder auch die Auflage bekommen haben, nicht so wenig zu drucken. Vielleicht haben sie irgendwo 8.000 gedruckt, keine Ahnung. Bei der ersten Auflage. Ja, liebe Carlsen, Verlagsleute, ab dem Moment, wo ihr eine stolze Auflagenzahl erreicht habt, mit der ihr angeben wollt, tut es einfach im Impressum ganz klammheimlich mit bekannt geben. Die siebte Auflage, 5.000 bis 5.000. Damit einmalig bei Clever & Smart, das wünsche ich mir. Ja. Das wird ein Ding. Also jetzt ist, ähm, die Zeit, wo Clever & Smart wieder dran ist. Also nicht nur Clever & Smart hat es verdient, dass es wieder aufgelegt wird. Es gibt einfach diese, diese, das sind keine Algorithmen, diese, diese, ähm, Wiederkehrungen. Also, ähm, wenn irgendwas 10 Jahre weg war, dann fällt es einem wieder ein. Wenn was 20 Jahre weg war, fällt es einem mit Liebe wieder ein. Wenn was 40 Jahre weg war, dann will man es unbedingt wieder haben. Ähm, es gibt immer diese Nostalgie. Also, Sailor Moon war 10 Jahre, ähm, nicht weg, sondern vor 10 Jahren gestartet und auf einmal wollen alle wieder Sailor Moon. Clever & Smart ist jetzt, ähm, circa grob gerundet, 10 Jahre weg und kommt jetzt wieder. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ist ein Jubiläum. Es ist, äh, ein bisschen aufgefrischt. Es macht wirklich Spaß. Es ist, wie manches formulieren, gut gealtert. Ähm, es fängt mit denen an, mit den ersten Alben, die einfach noch, ähm, Slapstick waren und, ähm, die ersten Alben, wenn da jetzt irgendjemand reinliest und sagt, äh, Slapstick, Slapstick, äh, Hochburg, was, wie, wo, 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 wartet mal die nächsten Alben ab. Also, wenn ihr die Alben, was weiß ich, so, nur um die Haupthandlung im Slapstick, das heißt, da wird einfach Bild für Bild gezeigt, was der Fred gerade tut und wie sich die Beine verbiegen, die Ärmchen verbiegen, ähm, die Granate fällt und, ähm, das ist, ich habe noch nie besseren Slapstick gesehen. Mhm. Gut. Das ist mit so viel Liebe, mit diesen Charakteren, die mir auch ins Herz gewachsen sind, die ich mag, so perfekt umgesetzt, sehr schön. Mhm. Ja. Also, eine Empfehlung, guckt mal rein in die neuen Veröffentlichungen, äh, ab Ausgabe 10. Nein, natürlich auch schon vorher, damit die Serie überhaupt weiterhin besteht, logischerweise. Wenn ihr wollt, dass die Serie weiter besteht, genau. holt ihr euch die aktuellen Bände vom Carlsen Verlag, dadurch kommt Geld zu dem Verlag wieder rein, weil ihr ja was gekauft habt, was dann irgendwo beim Carlsen Verlag ein Stück weit landet, dann hat er Geld, um neue zu drucken. Mhm. Wenn ihr sagt, ähm, diesen bezahlbaren Preis von 9,95 oder 9,99, pro Carlsen Album ist mir zu viel, ich hab gar nicht so viel Geld, dann geht ihr auf den Flohmarken, holt euch für 1,2 Euro ein Secondhand Album, auch nicht verkehrt und ansonsten ist die Qualität drucktechnisch, ähm, im Regal stehend von Carlsen halt viel hübscher, allein wenn du es ins Regal stellst, jetzt mal der Buchrücken bedruckt, das war halt bei Condor nie, da siehst du einfach schon, eh das rausziehst, was du für ein Album jetzt gleich greifen wirst. Mhm. Äh, eine Frage noch, ich glaube, weiß gar nicht, ob wir die jetzt schon hatten oder ob wir es davon schon hatten, gibt es überhaupt noch neues Material aus Spanien? Das hat man noch gar nicht gesagt, ja, stimmt. Ähm, es gibt neues Material, genau, ähm, der Ibanez lebt noch, war es ein Glück, der darf ruhig noch viele Jahre weiterleben und auch seinen Erfolg genießen und auch weiter zeichnen, er zeichnet bis heute, er selbst zeichnet bis heute die Comic, äh, Comics von Clever & Smart, ab und zu hat er, ähm, inoffiziell ein bisschen Hilfe, eines Tages wird das offiziell genannt und, ähm, er schafft so pro Jahr circa zwei Alben heutzutage, er ist ein inzwischen alt gewordener Mann, also, Respekt, dass er noch zeichnet, ähm, hat 2017 ein Comic über einen Trump-Doppelgänger und Drohnen, das waren halt damals auch tatsächlich die Themen rausgebracht, wo ich jetzt nur das Cover gesehen habe und finde das Cover schon wieder so witzig, allein die Frisur von Trump als Clever & Smart Zeichnung, das ist geil, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, Karlsson hat auch vor, in diesem Jahr, wir sind es gerade bei 2018, sogar noch, ähm, mit einem in Deutschland bisher nicht veröffentlichten Album auch noch rauszukommen und wir sind, sind wir im WM-Jahr, wir sind im WM-Jahr, und wollen sogar auch noch ein WM-Band von Clever & Smart, der noch nicht veröffentlicht war, also einen aktuellen rausbringen, ähm, also, die Zukunft ist, ist leuchtend, strahlend. Weißt du denn schon, in welcher Form das, also, weil die haben ja jetzt erstmal mit der regulären Nummerierung angefangen, ja? Genau, also Karlsson ist sich noch nicht 100% sicher, die sind ja, also ein Verlag plant für die Zukunft, aber nicht für 27 Jahre, sondern für ein halbes Jahr und dann sind die erstmal damit beschäftigt, das umzusetzen, was sie geplant haben, gleichzeitig müssen sie dann, während das Jahr verläuft, schon wieder das nächste halbe Jahr planen und Oktober ist noch ein bisschen weit hin, ähm, im Oktober ist die Buchmesse, im Oktober ist, keine Ahnung wann WM ist, aber im Sommer ist WM, ähm, und dafür sind sie in Hochtouren am Plan und die haben auch nicht nur Clever & Smart, die müssen ja das ganze Programm planen, ähm, sie haben es noch nicht verraten, bekannt gegeben, ich hoffe nur, dass sie ein bisschen auf Feedback hören, ähm, vielleicht haben sie auch meine Stimme gehört, ich wünsche mir eine einheitliche, durchgängige Nummerierung, was die Clever & Smart Alben angeht, weil die in Spanien auch alle in einer Reihe erscheinen, auch das, was hierzulande Sonderbänder sind, sind in Spanien innerhalb der Nummerierung mit dabei, optisch kann man das trotzdem, oben Gold, äh, das Logo Gold hinterlegt machen, das fände ich genau richtig, fände ich genau gut, das hebt ab, das, ähm, sieht nun mal edler aus, schicker aus, waren früher immer die Top-Verkaufstitel, die Sonderbandreihe, sollen sie so machen, die sollen ruhig auch optisch zum Beispiel das ganze Cover, dann das Logo weiterführen lassen, von den neuen Nummern, die sie als deutsche Erstauflage rausbringen, damit da auch nochmal ein optischer Unterschied ist, aber die Nummerierung wäre schön, wenn sie die von, jetzt alle um 1, 2, 3 und so weiter, ähm, schon mal weiter durchdenken und wenn sie jetzt dieses Jahr noch einen neuen Band, was weiß ich, 196 rausbringen wollten, dass sie den Band 196 nennen würden, das würde mir persönlich am besten gefallen, aber es gibt andere Leute, die anders denken, es gibt Leute, denen ist es wurscht, es gibt Leute, denen ist anderes wichtig. Die neuen Abenteuer heißt das dann? Ja, also es kann ja von mir aus auch draufstehen, oder also der Conververlag, also viele. Aber du wünschst dir, dass es dann in der Originalnummerierung, die Nummerierung soll beibehalten werden, weil schon immer ist es so, dass die Leute sich irgendein Lieblingsband von Dragon Ball rausgesucht haben, wo das Cover am schönsten war, dann haben sie den Band gelesen, obwohl es eine fortlaufende Story ist. Bei Clever & Smart sind es nicht fortlaufende Storys, sondern pro Album eine Geschichte. Das heißt, die können völlig quer kaufen und welche Nummer draufsteht, ähm, das ist erstmal unwichtig und wenn die Leser irgendwann alle haben wollen, ist es für die Leser, die dann alle haben wollen, am einfachsten zu wissen, wann habe ich alle, wenn sie jede Nummer einmal haben. Genau. Und dann kann man sogar auch nochmal historisch gesehen zurückblicken, wann war denn welcher, in welcher Reihenfolge erschienen. Carlsen bringt es ja chronologisch, dann wäre das auch am einfachsten nachzuvollziehen. Und jedem, der jetzt nicht nach Nummer kauft, dem ist es eh wurscht, wenn die Nummer draufsteht, dann kann da auch 196 draufstehen. Mhm. Deswegen würde ich mir das wünschen. Ja. Mit diesem Wunschgedanken Jawohl. Schließen wir diesen, diesen Querstreif durch wie viele Jahre jetzt? Clever und Smart. Clever und Smart. Ja. Ähm, 60 Jahre in Spanien, ja. Ja, genau. Jubiläum. Genau. Damit schließen wir das ab und ja, wünschen euch viel Spaß. Mit Clever und Smart. Mit Clever und Smart. Wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, gehen wir einfach mal davon aus und äh. Dann geht ihr heute Abend ins Bett, träumt und träumt von Clever und Smart. Guckt vorher oder hinterher den Film. Genau. Den 2014 händet sich an. Produzierten CGI-Film. Und genau. Ja. Und dann wird euer Leben schöner, besser, lustiger. Erwachsene lachen viel weniger als Kinder. Lacht mal wieder. Ja. Clever und Smart ist da glaube ich eine gute Hilfe dabei. Ja. Richtig. Gut. Damit verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns. Das ist schön, wenn du meine Sätze vollständigst. Naja, ich glaube, am Anfang des Podcasts wolltest du, dass ich irgendwas fortführe und habe es nicht fortgeführt. Jetzt wollen wir uns eingespielt. Jetzt ist der Podcast auch schon wieder rum. Aber der Lega-Legende läuft nicht weg. Den hört ihr demnächst häufiger und ja, denke ich mal, zumindest, wenn es dir denn Spaß macht. Ja, also ich meine, ich kann reden, aber ob die Zuhörer den häufiger hören, das liegt dahin zu hören. Schreibt in die Kommentare. Schreibt unten, unten, ich mache jetzt so mit den Fingern, zeige ich nach unten. Schreibt in die Kommentare und lasst bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung da, da freuen wir uns auch jedes Mal drüber und ja, der Steffen freut sich. Ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich auch über Vier-Sterne. Oh je, jetzt gibt es hier ein Battle. Wenn ihr Lega-Legende gefallen tun wollt, gebt ihr Vier-Sterne, wenn ihr Steffen gefallen tun wollt, gebt ihr Fünf-Sterne. Aber du bist ja viel beliebter. So, und Breedstorm, Breedstorm, du musst auch noch deine Sterne noch nachreichen. Ach so, warte mal, also eigentlich wären wir drei Sterne am liebsten. Ich finde drei, finde ich eine coole Zahl. Aber ich will euch nicht durcheinander bringen. Ihr bewertet einfach so, wie ihr wollt, so viele Sterne, wie ihr geben könnt. Bevor wir jetzt hier ganz ins Clever- und Smart-mäßig abdriften. Ja. Die nächste Episode wird voraussichtlich dann wieder eine mit Breedstorm sein und so diesen Wechsel, sage ich jetzt mal, den finde ich eigentlich ganz gut. Also so kann man es vielleicht eh nicht machen. Ich dachte, du wolltest sagen, so kann man es vielleicht ertragen. So kann man es vielleicht ertragen und ich finde, das ist eine ganz gute Mischung mit dir mal so ein paar spezielle Themengebiete bespricht und mit dem Breedstorm halt weiterhin die die Besprechungen macht. Wie gesagt, wie schon eingangs erwähnt oder ja, vermutlich schon eingangs erwähnt, die heute nicht besprochenen Rezensionsexemplare werden noch nachgeliefert. Und ja, ein kurzer, vorsichtiger Hinweis, also noch ist es nicht amtlich, aber wir beide werden dann wahrscheinlich auch zusammen mit Breedstorm in Erlangen sein und da wird sich dann sicherlich dann auch mal eine größere Runde ergeben mit allen Beteiligten. Vielleicht ist der Step auch vor Ort, mal je nachdem. Das wissen wir halt alles noch nicht. Aber ja, und da auch an euch nochmal hier an der Stelle und das nächste Mal bestimmt auch nochmal der Aufruf. Wenn ihr was zu erzählen habt, wendet euch einfach an uns. Oder ihr wollt, dass wir über was erzählen. Wir beißen nicht. Also ihr könnt gerne auf uns zukommen und in Erlangen dann vor allem jetzt und einfach mal uns ansprechen, was ihr zu erzählen habt und dann denke ich mal, geht das alles klar. Ja. Auch die heutige Folge hätte eine Rezensionsfolge sein können, weil ich habe das letzte halbe Jahr fast nur clever smart gelesen. Naja, im Großen und Ganzen war es das ja jetzt. Du hast jetzt das Gesamtverschnitt betrachtet. Jawohl. Im Grunde. mit Filmen und mit allem drum und dran und ich denke, so Spezialepisoden machen es auch mal aus und wenn euch das gefällt und ihr mehr davon wollt, schreibt es einfach in die Kommentare und wenn ihr es nicht will, kriegt ihr es trotzdem. Genau. Wenn ihr euch Einzelalbenreps und so von clever and smart wünscht, nennt den Titel und ich sabbel euch zu. Genau. Genau. Legende ist klar und smart Rezension Teil 197. Genau. Okay. Damit so. Nee, alles okay. Alles okay. Alles okay. Dann macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei Podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank.